Moin, moin und hallo, herzlich willkommen live aus Köln von der Gamescom-La, neben mir Wirth und neben mir Nils, jawohl, so ist es, und hinter uns seht ihr Denzen, Janina, wir haben hier aber nichts zu tun, die sitzen hier nur rum, um uns besser aussehen zu lassen, richtig, deswegen lassen die hinter uns, genau, ne, die kommen später noch zum Einsatz, denn wir werden im Laufe dieser Sendung noch eine kleine Competition haben, da trittst du gegen die drei an, du nicht, ne, ich kommentiere nur, ich moderiere, ich schlichte, ach, gemütlich, ja, obwohl der Schlichter, der jetzt meistens am schwierigsten, finde ich, ja, so ist es gerade mit euch, so, ihr seid ja so eine kompetitive Rasselbande, jeder von euch will gewinnen, und nur einer kann der Sieger sein, und ich muss aufpassen, dass ihr euch nicht prügelt, haben wir auch eine Glaskugel, wo wir uns verwandeln und umziehen können, auch das haben wir, ja, die ist nach vorne, da kannst du gleich rübergehen und dein Kampfoutfit anziehen, was erwartet euch noch, wir werden natürlich gleich so einen kleinen Rundgang machen, über die Lahn, werden euch alles zeigen, wir haben ja auch einen Community-Tisch, ne, wenn ihr jetzt einmal gleich so rumschwenkt, werdet ihr sehen, das hier ist sozusagen der Kopf, es gibt aber eins, zwei, drei, vier, whatever, mindestens zehn Reihen, die gehen dann ganz tief runter, können wir da kurz hinzeigen? Ja, das kann Alan mal machen, den kämpfen wir doch, oder? Das bin ich! Bin ich im Liebsten! Nein, der Anführer, der Kopf, der sitzt natürlich hier, mit eigener Standarte, geil ist das, das ist krasseste überhaupt, oder? Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Und das völlig zurecht, und dein Neid, der wird sich gleich noch sehr viel größer anfühlen, denn, schau mal, was ich hier habe, nur ich hab das. Es ist wirklich so, nur Nils hat ein super mega ultra wide Display. Genau, nämlich von unserem Partner Samsung, das ist einer der Odyssey-Monitore, die wir hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, von unseren Freunden bei Samsung. Vielen herzlichen Dank dafür, das ist ein richtig fettes Teil, das sind jetzt 49 Zoll, die ich habe, gibt's auch noch eine größere Variante von. Darf ich mal kurz hinstellen? Aber nur gucken. Okay, Moment, Moment, von der Breite her ist das Ding breiter, also ich würde gern Matteo hinstellen, ob das Ding breiter ist als Matteo oder nicht. Das wäre ein guter Wettbewerb, zu gucken, ob irgendjemand breitere Schultern hat als dieser Monitor. Ihr könnt ihn gewinnen, mit ein bisschen Glück, habt ihr die Chance bei uns auf der Webseite, diesen Monitor, und zwar genau den, den ich hier für euch warm spiele, zu gewinnen. Müsst ihr mal auf die Webseite gehen, da erfahrt ihr alles. Du hast auch ne Chance. Ich darf mitmachen? Naja, du bist eigentlich ausgeschlossen, aber ich wollte dir eigentlich nur falsche Träume. Ja, wie immer. Nächstes Jahr darf ich mit dir gemeinsam? Nein, natürlich nicht. Aber mal schauen, wie du dich heute schlägst, vielleicht darfst du einen Platz näher an mich ranrücken. Vielleicht darf ich Standartenträger sein. Oh ja, das wäre sehr gut. Das wäre toll, oder? Standartenträger gefällt mir sehr gut. Geil. So, ihr Lieben, wir wollen jetzt einmal einen kleinen Rundgang machen. Kommt mal mit, wir müssen aufpassen, dass Alan hier nicht stürzt. Und wir zeigen euch einfach mal, was hier so abgeht. Hunderte Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nach Köln aufgebrochen in die Gamescom-Messehalle, um hier friedlich miteinander zu zocken und eine richtig klassische LAN zu feiern. Ich glaube, es sind sogar tausende Leute hier. Tausende. Ja, und hier muss man auch bedenken, das hier ist nur der Spielraum oder der Zockerraum. Ja. Der Schlafraum, der ist noch woanders. Deswegen müsst ihr euch nicht wunderbar fragen, so, wo schlafen denn die Leute? Wo sind die ganzen Schlafsäcke? Wo sind die ganzen Matratzen? Die sind alle auf der anderen Seite, in der anderen Halle. Genau, man kann ja auch pennen. Es sei denn, man ist sehr berühmt, dann hat man Hotelzimmer bekommen. Wo schläfst du in welcher Halle? Wir reden nicht darüber. Alrighty. Na ja, was da so heute passiert, wenn tausend triebgesteuerte Liber in einer Großraumhalle übernachten? Wer da über wen rüberrollt, das bleibt ein Geheimnis. Apropos Geheimnis. Hey! Das ist ein Geheimnis. So, das möchtest du uns jetzt verraten, und zwar das Geheimnis deines Namens. Du hast ja jetzt, du bist ja 32 und du hast noch nie deinen eigenen Namen gesagt. Und jetzt zum ersten Mal live bei Rocket Beans TV, darfst du deinen Namen sagen. Bastian. Oh, es ist Bastian! Wow, und was du nicht weißt, wir hatten eine Wette. Und konnte man random einen Namen picken. Und die Gewinnerin oder der Gewinner, die jetzt auf Bastian getippt hat, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Abend mit Wirt gewonnen. Für fünf Minuten. Genau. Hey Leute, seid ihr Rocket Beans Community? Ja. Was zockt ihr heute? Wir zocken heute vor allen Dingen Rocket League. Rocket League. Moment, wir haben doch unsere eigene Flagge doch, oder? Ja, wollte ich fragen. Bei Rocket League. Aber wir sind die Flucht der Karibik Gang. Also von daher, wir müssen... Ah, fein, fein, fein. Flagge, pissen leider. Aber es wird nicht das einzige Spiel sein, oder? Nee, wir werden zwischendurch wahrscheinlich mal noch so ein bisschen was anderes spielen. Zum Beispiel haben wir auch noch Trackmania am Start. Und ein paar Runden Helldivers für die Demokratie. Für die Demokratie. Tot den Bugs und Bots. Exakt wie. Wenn ihr nur Rennspiele spielt, könntet ihr auch Helldrivers spielen. Das ist die Einstellung. Das ist die Einstellung. Einfach keine Mimik. Wo kommt ihr denn her? Die beiden Kollegen aus Aachen und ich aus der Nähe von Magdeburg. Ah, das wird die weiteste Anreise haben. Von den dreien auf jeden Fall, ja. Schlaft ihr auch in der Großraumhalle oder bist du eingeladen? Nein, selbstverständlich in der Halle. Kuscheln. Wie sieht das da aus? Also ist das so wie hier, nur ohne Tische und für tausend Schlafsäcke? Ja, so in die Richtung. Noch ein bisschen dunkler, Decke ein bisschen tiefer und ja, wird auf jeden Fall toll. Aber mal ganz ehrlich, wenn man da jetzt so liegt mit tausend anderen Leuten, Gerüche, Geräusche, habt ihr Ohrenstöpsel dabei, Schlafmasken, irgendwas? Er hat eine Schlafmaske bei, er hat Ohrstöpsel bei, ich habe gar nichts bei. Das ist mutig. Ihr seid so aufgeteilt wie Mickey Mouse und Donald Duck, also der eine hat das Oberteil, der andere das Unterteil, also keiner von euch hat beides. Sehr gut, ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, haut sie alle weg und vielleicht zocken wir nachher noch was zusammen. Bis dahin, bis dahin, schau Leute. Ja, ganz zufällig Leute hier getroffen. Ganz zufällig, ich hätte nicht gedacht, dass hier Leute sind, die aus unserer Community sind. Ja, das ist in der Tat ein großer Zufall. Gehen wir doch einfach mal hier. Ja, ganz zufällig. Wen haben wir denn hier? Hi. Hi, ich bin der Olli oder Karl der Heinz, hallo. Karl der Heinz, und du wirst hier auch über das gesamte Wochenende zocken? Ja, 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 ja. Ähm, Counter-Strike, gleich Turnier, irgendwie so um 22 Uhr. Ach, Turnier? Ja, wir werden verlieren, aber ich spiel mit. Das ist die richtige Einstellung, einfach zocken und ballern. Ja, das ist es. Und wie ist dir eine Anreise gewesen, wo kommst du ungefähr? Also nicht ungefähr. Richtung Koblenz, also so zwei Stunden ungefähr bin ich gefahren. Aber du wirst dann jetzt nicht nach Haus fahren, um zu schlafen, sondern du wirst auch hier pennen, oder? Ich penne hier, ich penne hier. Okay, richtige Einstellung. Ja, ist halt nicht jeder hier so ein Hotelzimmer wie Nils und der Standarte mit seinem Gesicht. Also, I'm kind of a big deal. Na gut, man muss sich ja das alles erarbeitet haben. Wenn man 25 Jahre in dieser Branche ist, dann hat man sich schon so eine Standarte verdient, finde ich. Absolut. Auf jeden Fall, klar. Gaming-Ikone. Hau sie weg. Der Beste, der Beste. Wow. Wenn du Tipps brauchst. Komm vorbei einfach, ja. Ich habe auch die Nummer von Ede, ich könnte auch anrufen und sagen, hey, Computing wird hier gleich spielen, also wir geben dir ein paar Tipps. Okay, wir geben euch allen die Nummer von Ede, kein Problem. Also, kein Problem. Der kann Counter-Strike 2, der kann Counter-Strike 2, Ede. Der hilft mir dann. Ja, kann. Ja, hier, gebt mir einfach die Nummer, wir kriegen das hin. Wir geben dir einfach die Nummer und dann ist dir scheißegal, meldst du dich einfach. Machen wir, kriegen wir hin. Dann gebe ich dir gleich. Er freut sich immer über neue Kontakte. Wollt ihr auch alle die Nummer haben von Ede? Jedes? Ja, kein Problem, gehen wir alle raus. Ja, hier, ihr seht die ganze, der ganze Tisch, die ganze Reihe ist hier so ein bisschen, eigentlich die ganze Halle ist ja so ein bisschen Rocket Beans. Hier haben wir auch jemanden, das finde ich sensationell, weil du hast nämlich ein richtig gutes Outfit an. Ja, rein zufällig, ganz zufällig, als ob das irgendwie ungeplant gewesen wäre. Jetzt ist es auch ungeplant, dass ich extra ein paar Sachen mitgebracht habe, die ihr dann später unterschreiben dürft. Ach so. Und ich habe auch rein zufällig für EZ-Anina auch Geschenke mitgebracht. Janina? Ja. Bananen? Nein. Was anderes. Wird, wird, wird. Ach so, aber ist eingepackt jetzt? Aber Bananen. Alter Schweden. Das ist das, was man braucht. Äh, das, ich weiß, was das ist. Eine Vase. Nein, das ist Lego. Das ist ein Insight. Klemmbausteine. Klemmbausteine. Okay, ähm, Janina, du kannst jederzeit da hingehen. Genau, mitten im Stream reingehen, einfach. Wie du willst, jederzeit. Gar nicht sicher. Wo kommst du her? Eigentlich aus Bielefeld, aber ich bin Mönchengladbacher. Das heißt, du hast nicht so einen weiten Weg hierher gehabt, oder? Nee, die Eltern wurden ja nur eine Stunde entfernt und das ging ansonsten total easy herzukommen. Also das war jetzt nicht das Problem gewesen, wie andere vielleicht. Was war das Problem für dich? Ja, da ich mein Parkticket vergessen hatte. Ach, das geht natürlich nicht. Schläfst du auch in der Großraumhalle? Natürlich. Mit allen anderen? Das muss man machen halt, das gehört dazu. Wir haben natürlich, um ein bisschen Action reinzubringen, so ein bisschen so Live-Action-Roleplay heute ja auch noch. Wir werden eine kleine Zombieherde irgendwann nachts durch diese Großraumhalle jagen, die Kunstblut versprüht und auch so ein paar alte Fischkonserven öffnet und so da in der Halle. Wie bist du da schon vorbereitet? Also ich hab was zu essen, das ich da nur hinschmeißen kann. Oder ich schubs einfach Leute da vor. Das ist ja die berühmte Taktik, die man machen soll, wenn eine Zombie-Orde kommt. Oder schneller sein als die anderen. Ihr müsst ja noch gucken, ne? Ihr müsst noch irgendeinen Anführer raussuchen, der da Entscheidungen trifft und so weiter. Also Herr der Fliegensituation. Ja, meinen Laserschock habe ich jetzt nicht mitgenommen. Also vielleicht kann ich meine Dragonball-Figur werfen. Das würde funktionieren. Aber du hast Nahrungsmittel mit, das ist schon mal gut. Das ist gut zum Verkaufen und Verkaufen. Das ist wie im Gefängnis. Stimmt, sehr gute Idee. Genau, ein paar Sachen von euch in dem Sinne so, was hier auch von euch beworben wird. Aber das glaube ich, das steigt dann im Kurs dann sehr hoch. Hoffentlich. Was zockt ihr hier heute vornehmlich heute Abend? Ich wollte eigentlich zocken, aber ich will erst mal streamen, damit ich den Jugendlichen, wo ich dann quasi als Medienpädagoge auch ein bisschen diese gesamte Veranstaltung zeigen will. Eigentlich Heldarverse 2 und Pal World, aber ich muss erst mal in Ruhe aufbauen. Ich habe einfach keine Lust, mich zu beeilen. Ich will das stressfrei machen, weil das ist ja der Hauptsache. Gute Einstellung. Was ist dein Twitch-Kanal? Muss ich das jetzt sagen, weil ich mache das eigentlich Non-Profit-Mail. Ich lade dich dazu ein, musst du ja nicht. Kannst du irgendwas, kannst du auch sagen, geht's um auf live oder so? Also ich bin vom Kio Brake, an die, die es nicht kennen. Eigentlich alle kennen das nicht, weil wir sind so klein, dass es halt... Ab heute nicht mehr? Da müsste ich guten Content anbeten. Hat bei uns auch keiner gemacht. Guck, wo wir sind. Es hat irgendwie doch geklappt. Ja, dann weit. Ich wollte eigentlich nur weiterschicken, weil ihr habt noch genug zu tun. Ja, die wedeln schon. Viel Spaß, ne? Viel Spaß noch. So Leute, da haben wir richtig viele geile Leute schon kennengelernt. Aber man sieht, wir können hier endlos durch die Gänge laufen. Das ist unglaublich groß. Warst du schon mal auf so einer großen Lahn? Ich war noch nie auf so einer großen Lahn. Das ist tatsächlich meine allererste. Ich habe halt einfach nur noch diese Lahns mit vier, fünf Kumpels im Keller oder irgendwo anders gemeinsam gezockt. Und wir kamen halt nie dazu, dann irgendwie auf eine größere Lahn zu gehen, weil zu dem Zeitpunkt war ich zu jung. Und dann, als ich dann theoretisch auf so eine Lahn gehen konnte, war es halt so, ja, ist nicht mehr so cool. Warum sollten wir das machen? Wir können alle online zocken. Ja, guck mal hier, alles schon so Wettwäsche. So muss es sein, so muss es sein. Finde ich fantastisch. Warst du schon mal auf so einer großen Lahn? Nee, auf so einer großen Lahn nicht. Ich bin auch so ein Kellerkind. Und auch so, einmal war ich auf einer Lahn, auf so einer riesigen. Aber da habe ich gar nicht gezockt, sondern da habe ich nur irgendwas anderes nebenbei gemacht. Weiß nicht mehr was, egal. Jedenfalls, das ist meine größte Lahn tatsächlich. Filme ausgetaucht. Und natürlich hat man das so gemacht. Aber ich finde es total nett. Die Atmosphäre ist super. Es ist wirklich entspannt. Es ist auch recht komfortabel. Es ist nicht so laut. Es stinkt nicht oder irgendwie. Es ist nice. Ich bin auch positiv überrascht. Ich komme hierher und dachte erst mal so, okay, jetzt wird es erst mal stickig sein. Ein bisschen riechen, weil klar, es sind so viele Leute in dieser Halle. Ja. Und es wird auch laut. Also erstens, es riecht nicht. Zweitens, es ist überhaupt nicht laut. Es ist ja auch eine der Gamescom-Hallen. Und wir wissen ja, normalerweise im Sommer, während Gamescom ist, laufen ja auch tausend Leute hier rum. Und das ist ja auch kein Problem. Und jetzt sitzen die hier alle rum. Und es ist auch überhaupt kein Problem. Da wird auch Tischtennis gespielt übrigens. Stimmt, da drüben Tischtennis. Da haben sie auch ein paar Arcade-Maschinen. Ja, Hockey. Alles Mögliche. Also für ein bisschen Sachen außerhalb des ganzen Gamings hat man auch noch genug zu tun. Nice. Finde ich sehr schön. So, wir gehen mal wieder in die andere Richtung. Wir gehen wieder zurück. Hier durch diese andere Tischreihe. Du kannst auch einfach so ein paar Mehrzweck hier, also mehrfachsteckdosen einfach ausschalten, wenn du willst. Was? So ein Vorbeigehen, einfach mal diesen Kippschalter betätigen. Ist das so dein Ding? Ja, so ein bisschen dein Ding. Und dann schreist du da drüben, da drüben war der es, er war es. Ich gucke mal so links und rechts, also es wird viel so Counter-Strike oder Valorant gespielt. League of Legends sehe ich auch sehr viel. Simon, wie läuft es beim HSV? Fragt er mich. Hey, gut. Wir werden sehen. Ja, soviel zum Thema. Oh, jetzt ist es eskaliert. Jetzt ist irgendwas. Das ist ein bisschen wie in so einer Pavian-Gruppe. Wir können da relativ ruhig sitzen. Aber wenn einer anfängt, stumm zu machen, dann ist die ganze Bande auf einmal auf dem Bein und brüllt. Das suchen sie nach der Kokosnuss. Ja, genau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was wird hier gezockt? Ich bin gerade auch heute versuchen, nach kuriosen Videospielen, aber bisher habe ich noch nichts Kurioses gesehen. Ich habe was Kurioses für dich. Guck mal, hier haben wir ein geiles Setup. Da können wir, wagen wir mal, oh, Vorsicht, Ellen, nicht stürzen. Hi, dürfen wir dich kurz mal, darf ich dich kurz was fragen? Das ist nicht deine erste Lahn, oder? Das ist meine erste Lahn, ja. Wie lange hast du dich darauf vorbereitet? Wie viele Jahre? Ungefähr einen Monat. Weil du hast ja ein ziemlich geiles Setup. Wieso hast du so Wände hier noch mitgebracht? Weil du gedacht hast, da fällt Licht rein sonst? Nee, einfach um meinen PC zu verstauen. Weil unterm Tisch ist schlecht, da habe ich meine Tüten und unten drauf ist es perfekt. Hammer! Und du spielst Valorant gerade, ne? Nee, Overwatch. Ah ja, mein ich ja, war nur ein Test. Um zu sehen, ob du weißt, was du da spielst. Wie viele Leute hast du hier mit hergebracht? Ich bin alleine gekommen. Und hast du direkt Anschluss gefunden schon? Ja, sofort. Meine Sitznachbaden sind super nett, soll ich sagen. Und pennst du hier auch heute? Ja, sicher. Geil, alles in einem großen Raum, ne? Ja, klar. Nice. So, vielen lieben Dank, viel Spaß noch, hau sie alle weg. Overwatch 2. Oh, Licht, Licht, Licht. Ah, nicht reinschauen ins Licht. Was? Aber komm mal, ich habe ins Licht reingeschaut. Ich bin natürlich so dumm. Ich bin wie eine Motte. Ich denke immer so, das Licht, da schaue ich hin, da gehe ich hin. Schau dir ein Gehchen. Was ist das cool noch mal so gespielt? Guck mal. Ach hier, guck mal. Hier ein bisschen eine Minecraft-Bubble. Minecraft, oh, eine Minecraft-Bubble ist hier geworden. Hallo, hallo. Hey Leute. Hi, ich bin Reggie. Und? Alex, hi. Alex, und ihr seid hier jetzt, um ein bisschen Minecraft zu spielen gemeinsam? Ja, das erste Mal tatsächlich. Also wir haben jetzt einen Server gestartet und probieren wir uns noch mal ein bisschen aus. Euer erstes Mal Minecraft? Ja, das erste Mal. Oh, was wollt ihr wissen? Alles. Okay. Töten wir den Ender Dragon. Ich weiß nicht, was das ist, aber was ich euch sagen kann, ist, nachts müsst ihr euch einbuddeln. Okay? Also in die Erde rein, oben zu und ein Bett bauen. Und für das Bett braucht ihr Wolle. Ja, weil sonst müsst ihr... Sehr gut. Immer ein Bett dabei haben, einbuddeln, ein Bett aufstellen und dann wieder raus. Oh, das... Ja, so. Im echten Leben. Genau. Stimmt, ja. Apro-Bett schlaft ihr hier auch? Ja. Genau. Kennt ihr euch beide schon länger oder habt ihr euch hier kennengelernt? Nee, wir kennen uns schon länger, genau richtig. Seid ihr kommt ihr aus derselben Stadt? Ja, auch beide aus Hannover. Also ein bisschen Anreise, aber auch nicht die größte Anreise. Sehr gut. Und ihr habt ja auch geilen Merchandise an, ne? Oh, danke, danke. Hier, kann man das mal zeigen, hier? Geiler Drip. Könnt ihr immer noch zuschlagen. RKPD-BNS, ne? Schaut mal in den Shop vorbei. Da gibt's neue Kranlamotten gerade. Neuer Drop. Solltet ihr auch unbedingt mal reinschauen. Was habt ihr noch vor, außer Minecraft? Oh, wir gucken mal. Also wir wollten vielleicht noch Dark in Darker spielen. Nidhogg. So ein kleines Turnier hier unter Freunden. Ja, und mal gucken. Tischtennis. Tischtennis ist ja da hinten noch alles. Oder wolltet ihr hier Rockstars Tischtennis spielen auf der Xbox 360? Das kennen wir, also ich kenn's nicht. Ah, okay. Das ist ein gutes Spiel. Wie gefällt's euch so? Was ist, ähm, wie ist euer Eindruck so von der Messe? Ach, cool. Also sehr angenehm hier, find ich. Ja? Habt ihr das so erwartet? Ist das eure erste größere LAN? Einmal so größere LANs hatte ich noch nicht. Du hast ja schon die Dreamhack hinter dir, ne? Ähm, ja, ich kenn das nur so unter Freunden und die hier, find ich schon ganz gut, ja. Und ihr bleibt bis Sonntag auch, oder? Genau, bis Sonntag bleiben wir und dann geht's wieder zurück und freuen uns schon auf alles, was noch kommt. An ein paar Turnieren wollen wir vielleicht teilnehmen. Schere, Stein, Papier. Wie bitte? Vor euer Geist, falls das kommt. Ja. Sehr schön. Ich wünsch euch ganz viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht spielen wir was. Vielleicht komm ich auf einen Minecraft-Förber. Ja, gerne. Dann zeig ich euch, wie das... Also jeder kann drauf. Ich komm einfach rauf und dann buddel ich ein bisschen für euch. Nice. Macht euch auch den Ender Dragon vor. Was auch? Ich hab diesen Ender Dragon, ich hab ein, zwei, dreimal wurde mir das schon... Und ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Wie weit bist du überhaupt in Minecraft? Ich bin schon, äh... Woher soll ich das wissen? Das kann man ja nur sagen, wenn man das Ziel kennt, oder? Okay, bist du schon mal ins Nether gegangen? Nee. Okay, never, never? Never, 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 never. Apropos, wenn man in eine bizarre Zwischenwelt will, kann man auch an Bales Platz das halt machen. Mega kurios. Bell hat den geilsten Platz. Bell hat so eine Lampe dabei. Bell hat die Rocket Beans-Fahne dabei. Bell hat Pumps dabei. Die Rocket Beans-Fahne dabei. Die Aspanane, die wir sonst immer nur auf der Gamescom auspacken. Komm, frag mal, Belly, was sie hier macht. Hallo, wer bist du und was machst du hier? Hallo, ich bin die Bell und wir spielen Rainbow, denn wir üben, denn wir machen hier schön für Rocket Beans das, äh, nehmen wir am Turnier teil. Ey, ich werde nachher mitmachen, tatsächlich. Ja, ja, übst du auch schön. Ich kann nicht, ich, du siehst ja gerade, dass ich hier gerade stehe, ich würde gerne trainieren, aber es geht leider nicht, aber ich, äh, ich gebe mein Bestes. Ich sehe ja gerade, du bist da, Peter ist da, das wird schon. Ja, machen wir, wir holen das Ding für uns. Ja, das machen wir schon, das kriegen wir schon hin. Was machen wir mit den 20.000 Euro? 20.000 Euro, Nils, hast du gehört, es gibt 20.000 Euro. Ey, wir kaufen uns Nils. Bei welchem Spiel? Rainbow Six Siege. Ey, das ist ja gar kein Problem. Die holen wir nach Hause. 20.000 Yen. Muss man ja teilen dann wahrscheinlich, ne? Teilen. So, äh, passt auf, jetzt muss natürlich die Allen sich einmal noch so um uns rumdrehen. Mal drehen. Stark, damit wir Richtung Homebase kommen, denn wir wollen ja gleich noch ein kleines Turnier hier spielen, du wirst ja auch mitmachen, wird. Gegen Densen, gegen Janina, gegen Sohn. Oh. Guck mal. Hammer, geil. Geil. Geil, geil, geil. Finde ich gut. Was ist denn eigentlich so ein LAN-Game, wo du denkst, das muss immer dabei sein? Oh, da gönnen natürlich so Klassiker wie so Age of Empires dazu. Counter-Strike, kurzweilige so Shooter-Spiele in jedem Fall. Ich hab vorgesehen, die haben CS 1.5 gespielt. Echt? 1.5? 1.5. Okay. Na ja, gut, jeder macht das. Da können die anderen halt nicht mitspielen. Das ist so ein bisschen so, niemand hat diese Version vorbereitet. Das ist schon so ein Zeichen wie, nee, sorry, wir wollen zwar, aber nicht mit jedem. Man kann es ja noch irgendwie teilen. Ja. So, wir sind wieder hier angelangt. Wir haben jetzt nur einen Bruchteil dessen gesehen, was hier aufgebaut ist. Da hinten der ganze Ostflügel, da waren wir noch gar nicht. Aber wir haben ja nicht ewig Zeit. Ihr habt hoffentlich einen kleinen Eindruck bekommen. Sehr lebhaft hier. Setz dich doch mal zu uns, Wirt. Ja, ich mach's mir gemütlich. Und gleich werden wir hier eine kleine Competition machen. Und zwar werden die vier in zwei Spielen gegeneinander antreten. Welche Spiele das sind, das erfahrt ihr nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Gleich sind wir wieder zurück live aus Köln von der Gamescom-Laden. Willkommen zurück hier live aus Köln von der Gamescom-Laden. Wir haben jetzt eine coole Challenge. Das sind unsere vier Kontrahenten und eine Kontrahentin. Densen, Janina, Sohn und Wirt werden gleich in zwei Spielen versuchen herauszufinden, wer ist hier eigentlich der ultimative Gamer. Bevor wir das gleich machen, möchte ich euch ganz kurz mal zeigen, auf welchen Monitoren wir heute überhaupt spielen und auch morgen und übermorgen. Ich habe hier zum Beispiel so einen richtig fetten 49-Zoll-Monitor von Samsung hingestellt bekommen. Vielen lieben Dank, Samsung, dass ihr an Bord seid. Leider muss ich mich von diesem Prachtstück trennen, denn das verlosen wir. Ihr könnt bei uns auf der Webseite Rocket Beans TV teilnehmen und ein bisschen Glück gehört dieses Teil bald euch. Wenn ihr, obwohl ihr nicht gewinnt, trotzdem so einen Monitor haben möchtet, könnt ihr den auf der Webseite bestellen. Und da gibt es jetzt auch einen Rabattcode und zwar lautet der Samsung-GCL. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, aus meinem Kopf gewühlt. Das ist der Code Up in Prompt, ihr noch mal 10% Rabatt auf den Monitor im Shop. Also checkt es aus, richtig cooles Teil. Wir haben aber nicht nur diesen großen hier, sondern wir, Tjanina, Densensoon, die haben auch Samsung-Monitore und zwar in etwas kleinerer, doch verdoppelter Ausführung. Die sind nicht minder cool. Auch die findet ihr natürlich in den Shops. Herzlichen Dank für die Ausstattung an Samsung. Und jetzt wollen wir loslegen. Das erste Spiel, was wir heranziehen wollen, um herauszufinden, wer denn hier der wahre Champion ist, ist Lonely Mountains Downhill. Densens erste Frage war, gibt es auch einen Controller? Weil natürlich kennt er weder Maus noch Tastatur. Er weiß gar nicht, was das ist. Aber da musst du jetzt lieber, musst du durch lieber, Densens. Wo ist das zweite Mike eigentlich wird? Da. Da, ach so. Ja, warte mal. Soll ich mal mit dem Stuhl rüber? Ja, ich würde gerne, auch dass ihr reden könnt. Ich habe gedacht, dann könnt ihr das mal so, so, könnt ihr mal da so reinsprechen. Setzt dich doch hin, ich setze mich auch. Also ich muss sagen, zu Densens Verteidigung, da steht auch, es wird empfohlen, das Spiel mit Controller zu spielen. Also, das muss ich jetzt mal sagen. Also ich wollte das natürlich wissen, spiele ich das mit dem Controller oder mit der Maus, um mich mental drauf vorzumachen. Na klar. Natürlich bin ich absolut in der Lage, mit jeder Peripherie, die du dir vorstellen kannst, dieses Spiel zu spielen. Das ist genau das, was ich hören wollte. Keine Ausreden. Nein. Und ich weiß ja, du bist ehrgeizig. Ich weiß ja, du gewinnst gerne. Ich bin da auch schon leidvoll mit dir aneinandergeraten diesbezüglich. Da hattest du aber natürlich auch den Vorteil, dass du schon mehrfach die Spiele gespielt hattest, die wir beide dann im Duell hatten. Heute, wie sieht es aus mit Lonely Mountains Downhill? Kennst du das? Kenn ich. Kenn ich, ja. Also jetzt mehr als 100 Stunden habe ich jetzt nicht, sage ich mal so. Ne, habe ich auch schon mal gespielt. Ist immer sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist schon ein Nachteil zu Beginn. Ja. Weil man wird es gleich sehen, es geht auch viel darum, mal so eine Abkürzung zu nehmen und sich zu trauen, vielleicht mal irgendwo runterzufahren. Und vielleicht ist es da nicht, das Beste anzufangen. Aber ja. Genau. Das Beste ist, es nicht anzufangen, weil es natürlich ein Nachteil ist. Aber deswegen werden wir jetzt ein super faires und unabhängiges Kontrollgremium hinzuziehen, was dafür sorgen wird, dass es eine faire Reihenfolge gibt. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich fange schon an. Äh, nö. Das soll ja fair sein. Habt ihr das schon festgelegt? Ja, eigentlich schon. Ah ja, dann soll mir das egal sein. Also ich bin damit fein. Ja. Wir haben nämlich gesagt, beim nächsten Spiel drehen wir dann einfach rum. Okay. Der Letzte beginnt dann. Ihr seid toll. Also dass ihr das so ohne Zank hinbekommt. Denn dann setzt sich doch mal ran. Ja, dann geht ein bisschen näher. Dein Platz, genau. Das finde ich super. Dann hört man dich auch. Richte dich ein. Wir werden fünf Minuten spielen. Okay? Ja. Und es geht halt darum, wer schafft es weiter in fünf Minuten. Ja. Ich spiele es ohne Controller, richtig? Ja, du spielst es mit Maus und Tastatur. Ich hoffe, du weißt, welche Tasten du brauchst. Ich vermute mal, die Pfeiltasten oder WASD wären gut für dich. Genau. Und ich gehe davon aus, wir fahren jeder die gleiche Strecke und versuchen in fünf Minuten die bestmögliche Zeit zu erlangen. Das hast du wunderbar zusammengefasst. Mein Gott. Hervorragend. Das heißt, wir nehmen das hier? Ja, wir nehmen Berg. Ja, finde ich gut. Greater Horn sieht gut aus. Berg auswählen. Und Witwinschlucht. Ja, fantastisch. Da sehen wir weit. Herausforderungen annehmen. Okay, sollen wir auch alle direkt mit dem gleichen Fahrer fahren? Ja, bitte. Die anderen sind eh nicht freigeschaltet. So, du weißt natürlich, hinter dir sitzen die drei Geier. Wir gucken jetzt ganz genau in der Hoffnung, jeden Vorteil mitzunehmen. Okay, also ich muss natürlich auch erst mal gucken. Ja, die Zeit läuft. Jetzt schon. Ich weiß nicht, wo. Es gibt auf jeden Fall ein Turbo. Ich glaube, die Maus macht nichts. Ich glaube, ich brauche die Maus gar nicht, oder? Du machst das toll. Wissen wir das schon? Nee, ich glaube nicht, dass du die Maus brauchst. Warum solltest du die Maus? Ja, aber das geht, das geht, das geht, das geht. Ja, 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 Moment. Ja, doch, auf der Maus irgendwas tut man. Wahnsinn. Weil er tut so, als wenn er ausprobiert. Ja, nicht tot, aber... Und ist beim Ausprobieren noch besser? Gas geben. Als Leute, die es ernsthaft versuchen. Ja, hier hätte man vielleicht... Okay. Aber das war nicht so schlimm. Er hat den Checkpoint... Ja, aber das wird sehr häufig passieren bei dem Spiel. Das war natürlich nicht ernst. Das leidet er dem Berg. Die Frage ist halt, wie viel traut man sich zu sprinten? Das Einzige, was je schneller bergab gerast ist als Densen, ist meine Karriere. Ah! Wobei der Berg jetzt auch nicht so hoch war. Es sieht ganz gut aus. Einen kleinen Hügel. Schönen Innenrunner. Oh, Densen! Ja, mir fehlen die Items, Nils. Mir fehlen die Items. Ja, ich weiß. Ja, gibt ja eine Items. Ja, komm, da wäre doch keiner umgefallen. In so einer 90-Grad-Kurve nochmal durchbeschleunigen. Super sinnvoll. Man kann ja auch... Wie viel traut man sich abseitige Pfade nehmen? Ja, ja, ja. Man muss nicht den Pfaden nehmen. Das ist auch, finde ich, eine Lehre, die dieses Spiel anbietet. Man muss nicht den eingetretenen Pfad nehmen. Man kann auch eigene Pfade... Nee, der Densen, ey. Die 86 steht für Skill. Ja, gar nicht. Du kannst einfach nur sprinten. Oh, da geht es aber auf jeden Fall. Und ich sehe jetzt im Augenwinkel die besorgten Gesichter von den anderen drei. Haben wir überhaupt den fünf Minuten einmal scheiß, Densen, ey. Das ist ja mega lang. Gewinnt er hier wieder. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Aber knapp. Ja, also da will ich zu viel, kann man mal mitnehmen. Merkt ihr euch schon so ein paar Sachen? Ja, ich hab mir alle. Ja, alles. Boah, wo geht es denn hier lang? Ja, das sieht doch gut aus. Uiuiuiuiui. Ja, ja, jetzt bloß nicht vom nächsten Checkpoint noch mal abkacken. Das ist natürlich, das will man nicht. Je weiter man... Nein, 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 nein. Er hat noch ein bisschen Glück gehabt. Aber das gehört dazu. Einen Weg hier kennen. Jetzt hätte ich gerne einen Checkpoint, ich bin ganz ehrlich. Das glaube ich. Da ist er, der Checkpoint, so. Ja, ab jetzt kann man sich da. Okay, jetzt kann man wieder ein bisschen was riskieren. Ja, gut. Da kann man vielleicht auch links runter. Das war die Frage, was man sich traut. Ich wäre da einfach links die Klippe runter. Aber ich bin auch ein bisschen wagemutiger. Ja, also. Du rückst die ganze Zeit weh, nur irgenau. Oh, nicht schlecht. Aber kommen wir überhaupt durch? Wie, das ist ja unendlich lang. Wie sieht es zeitlich aus? Oh, Quatsch. Zwei Minuten noch für euch hier raus. Aber dafür schenke ich jetzt Zeit. Dem Zeitnehmerbüro, wo wir drei Notare verpflichtet haben, nichts anderes machen, als unabhängig voneinander die Zeit zu stoppen. Ach was? Ich habe nur dumm gehört. Ja, ja, wir sehen es gleich mal, Leute. Oh, da kommt er hier in die Felsen, ins Felsenbiom. Na, nein, zum ersten Mal nicht. Aber zum ersten Mal mit der Tastatur. Ja, man sagt ja auch Tastatur de France. Was? Na, nicht schlecht. Seit Jahren habe ich mich darauf vorbereitet. Okay, aber das Ziel ist weit weg, oder? Oder ist das das Ziel? Komm, on, Sprinte! Checkpoint 7. Warte, warte, war es das schon? Okay. Wir brauchen eine Zeit. Gestoppt. Haben wir denn jetzt eine Zeit? Also da waren ungefähr 45 Sekunden übrig, oder so. 4 Minuten 15, ungefähr. Die Regie hat das gestoppt. Hä, wir müssen doch... Was, was lamentierst du? Ja, hier muss doch eine Zeit stehen. Ja, nein, aber die haben wir ja gestoppt. Ja, aber die muss doch trotzdem da stehen. Nee, die erfährst du aber danach. Was ist denn hier? Du bist nicht in der Weltliste direkt oben. Mit welcher Selbstverständlichkeit, du die... Aber das muss es sein, das ist meine Zeit. Nein, deine Zeit ist 4 Minuten 14, oder 4 Minuten 16, glaube ich. Niemals. 4 Minuten 16, Regie? Das waren 2 Minuten, würde ich sagen. 4 Minuten 16. 4 Minuten 16, okay. So, Dennis, rutscht bitte nach hinten. War aber schon eine Anstelle. Und ich switch einmal mit Zoom. Ich denke, ihr habt das ausklamüselt. Ja, das ist ein kompliziertes System. Hattest du nicht Stein? Ja, er hat es kaputt gemacht. Ach so. Ja. Nee, nochmal, komm. Nochmal. Hier, nochmal. Oh, mega lame. Gut, Janina. Bring es hinter mich, let's go. Also, 4 Minuten 16, das ist die Zeit. Ich fand ehrlich gesagt, ich sitze 3 Meter weiter unten, sorry. Ich finde ehrlich gesagt, das sah gar nicht so schlecht aus bei ihm. Das war sehr gut. Leider. Ich bin ungefähr 10 Meter kleiner. Okay. Was muss ich tun? Jetzt gehst du noch mal bitte zurück zur Bergauswahl. Unten links. Oder... So, wir müssen natürlich dieselbe Strecke nehmen. Ja, welch war das? Greater Horn war das genau. Greater Horn? Bergauswählen? Ja. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es war bei Denzel wahrscheinlich genauso. So, und dann, die Witwen-Schlucht ist richtig. Und wer ist der? Und auch Beginner, ne? Ja, Beginner. Beginner hattest du auch, ne? Wer denn hat das was? Wer denn hat das was? Wer denn hat das ein bisschen Spaß? Ja, ja, okay. Also, ich kenne das Spiel nur, weil wir das bei Haus an Haus mal hatten. Aber ich habe es nicht gespielt, sondern Sarah. Ja, gut. Aber dann... Die hat es halt gerockt. Grasoppa? Ja. So. Viel Spaß. Viel Erfolg. GG. Oh, Alter, das ist dieses... Okay. Danina ist unterwegs. Sie radelt den Berg runter. Ich hätte sie... Ich muss erst mal kurz checken. Ich komme mal ein bisschen zu euch. Wie geht's? Ja. Ja, Denson hat vorgegeben. Also, ich sehe meine Zeit, glaube ich, eher bei acht Minuten und nicht bei vier. Ja, ich bin es tatsächlich... Hallo, das zählt nicht. Moment mal. Das Spiel möchte ich dir erklären, wie das geht, weil du mich spinnst. Ey, Moment. Jetzt ist sie gierig. Ich glaube, das kann sie nicht. Ey, das... Also, ich müsste bitte 0,3 Sekunden abgezogen bekommen. Denson hat das super gemacht. Ey. Denson hat das leider zu gut gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber du bist ja der Skillboy immerhin. Also, von dir erwarte ich jetzt ein bisschen was. Nee, bedingt. Bedingt. Kommt drauf an. Also, das heißt... Ja, drauf. Ist über die Jahre, glaube ich, auch. Was macht der? Entschuldigung. Ich werde ein bisschen länger brauchen als vier Minuten. Ach, scheiße. Wie hat er... Ey, du bist meine letzte Hoffnung gewesen. Mein Kollege fährt hier zum ersten Mal Fahrrad. Wenn du jetzt auch noch aufgibst... Oh Gott, Janina, was ist da los? Janina, aber ein Check-Hon ist drin, oder? Ey, ich raff... Irgendwie... Ey, deine Kids machen das. Manchmal kann man den nicht kontrollieren zwischendurch mal wieder. Hier so. Warum kann der in der Luft seinen Körper nicht trotzdem bewegen? Ey, ich sag's, es ist, Sensen, das, was du vorgelegt hast, ist ultra. Sonst, Janina, versuch doch mal irgendwo gegenzufahren. Vielleicht hast du da... Man kann ihn in der Luft halt nicht kontrollieren. Sorry, Chad, bist du nah? Boah, das ist nicht mein Spiel. Sag ich euch, wie sie es... Vielleicht musst du die Abkürzung nehmen. Ja, ja, nee, habe ich auch schon versucht. Aber der reagiert, der reagiert manchmal nicht. Guck doch einfach mal auf den Monitor. Damit könntest du... Du musst nicht nach Bestätigung suchen hinten in deinem Rücken, sondern mit deiner Zeit. Nein, nein, es ist... Also an manchen Ecken habe ich ihn... Verliere ich ihn leider. Ja, du, ey. Er steht wahrscheinlich Resident Evil rauf und runter, die alten Steile. Diese Tanksteuerung haben. Das ist super easy für dich. Micromachines. Micromachines. Oh. Oh, wollen wir Micromachines? Ja, egal. Dann scheißen wir auf die... Es gab doch Micromachines und es gab doch... Dann scheißen wir auf die Abkürzung. Was an zwischendurch erschienen ist, was nicht Micromachines ist. Fangen wir doch mal. Mesh? Mesh war das, ne? Das war geil. Ja. Das haben wir, glaube ich, bei Beef gespielt. Das war geil. Das... Ich gucke mal auf Steam, ob das irgendwo noch vorhanden ist. Ich habe Bock drauf. Alles. Da hat sie den Checkpoint erreicht. Und es ist lächerlich, zweieinhalb Minuten her, seit sie losgeradelt ist. Hatte deine Mutter früher oft Sorge, dass du nicht von der Schule kommst? Ja. Wo bleibt sie denn? Wo bleibt sie denn? Ey, ist es... Ich traue sie nicht zu sagen, aber manchmal reagiert die Estasse nicht. Ey, die müssen noch so Rekord haben. Die A-Tasse. Dann wäre es gemein. Junge, ey, jetzt reagiert nicht. Nein, nein, nein. Das hat er kaputt gemacht. Wie stark hast du da drauf gedrückt, Dansen? Sehr stark? Hatten wir dir Dansens Hände mal angeschaut? Diese großen Gorilla-Pranken. Ey, es reagiert halt manchmal. Und manchmal... Und manchmal hört er irgendwie auf zu wehen. Zu wehen? Sieht's gut aus? Gut aus. Ja, wenn meine Tasse reagiert, sieht's gut aus. Ich hab's gleich, Charly. F***ing A. Ja, es ist tatsächlich echt... Oh je, je, je. Schade. Nee, äh, ich finde, man... Du hast noch eine gute Minute. Oh, glaubt ihr, ich überlebst? War knapp, ja. Finde ich tatsächlich sehr unreales. Das ist das an die Lander. Ey, man muss wirklich erst mal kurz in diese Denksteuerung reinkommen. Und dann geht's zum Beispiel. Geht's darum, dass wir Densens Zeit jetzt knacken? Ja. Darum natürlich die beste Zeit zu haben. Ja? Es geht um Densens Zeit? Also, ja, nee, du kannst ja noch Zweiter werden. So ist das nicht, ne? Na, alles cool. Sag einfach Bescheid, wenn... Sag... Ja, die Punkteverteilung ist 3, 2, 1, 0. Also jetzt Zweiter zu werden, ist... Also selbst der Dritte Platz ist noch eine Menge wert. Ja. An der Kante richtig schön zerschellt. Oh, fuck, das ist über... Das hast du richtig zusammengefasst. Ja, aber wenn das halt nicht so... Okay, wie viel Spiel? Zwei Spiele? Ihr könnt auch sagen, der 100 Punkte, 99 Punkte, 98 und 97. Ist komplett Irland. Ich find's aber schon gut, wenn einer auch wirklich sich als Versager fühlen kann. Okay, ist mir besser. Noch 10 Sekunden, Janina? Ja, man gewöhnt sich dran ein bisschen. Das wird ein bisschen besser. Also der Anfang war das Schlimmste. Zehn Sekunden, 8, 4, vielleicht nur noch oder 2 auch. 2, 1, stopp. Aber was, aber fahre ich jetzt auch weiter? Nee, stopp. So, wir müssen mal kurz uns merken, wo du bist. Ich glaube, ich. Irgendwo da an dem Wald. Also wir können uns ja merken, du bist über die Klippe gesprungen. Das steht da, sieben. Da steht das oben, Etappe sieben. An der Stütze. Kannst du mal starten, den Checkpoint, dann sehen wir den Checkpoint. Ja. Und dann ist es noch, wer war, wo du warst. 20, ja. Ja. Abschied. Die, es ist nach dem Sprung. 5 von 7. 5 von 7. 5 von 7, ja. Die Regie hat das im Blick. Hat er als nächstes. Du glaubst, ne? So, Zoom. So, hallo Chat. Ihr seht fantastisch aus. So, auch wenn ich euch nicht sehe. Quasi neu starten. Starte vom Anfang, kannst du dir das machen. Und let's go. Ich versuche hier ganz gemütlich. Wir machen einen gemeinsamen Radlerausflug hier. Ganz entspannt, gar kein Problem. Wir fahren hier ganz gemütlich hier runter. Und wir haben, äh, wir haben eine tolle Zeit zusammen, Chat. Wir fahren hier gemütlich. Ihr kommt mit. Slow, slow and steady. Ihr fahrt hinten auf dem Götetakträger mit. Ich hab einen Helm auf, das ist auch sehr wichtig. Ich stelle dich mal ein schönes gelbes Fahrrad an. Ja, er macht das richtig gut. Man muss nicht... Ist gar kein Problem. Ja, ich glaube, das ist die Bestseite. Möglicherweise. Wir fahren hier einfach ganz gemütlich runter. Ja. Ja, er macht das gut. Man muss aber auch sagen, Soons Vater ist Bürgermeister. Ja, Bremsen tatsächlich. Sodass er auch als Kind schon Schnellzeit im Rathaus verbracht hat. Da hat er natürlich das gelernt. Wir machen einen schönen Ausflug. Ich lade euch auf ein Picknick ein, ganz am Ende dieser Strecke. So, macht das wirklich sehr gut. Ich bin tatsächlich im Real Life, bin ich schon mal Fahrrad gefahren. Bist du schon mal Fahrrad gefahren? Vielleicht hab ich da den einen oder anderen Trick mitgenommen. Ja, also das ist ja fast langweilig so gut. Es tut mir leid. Nein, mach mal weiter so. Ja, ich bin... Sprint, 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 Sprint. Was wusstest du genau? Ich hab's noch nie gespielt, tatsächlich. Außer die 30. Ist es überhaupt schon mal runtergefallen? Ich frage für ein Freund. Wie bitte? Bist du überhaupt schon mal gestürzt oder so? Ich frage für ein Freund. Nee, der steht null. Ja, komm mal, er nimmt die Abkürzung. Der kennt die Abkürzung. Er hat auf jeden Fall ein Tutorial. Ja, komm mal. Was hast du denn? Bei dir ist das auch ein Alibi-Unfall. Nein. No. Nein. Das ist ein Alibi-Unfall. Das ist ein Alibi-Unfall. Das ist ein Alibi-Unfall. Oh, ich hab doch auch Unfalle gemacht. Ja, das ist mein Problem. Oh, 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 gar kein Problem. Oh, alter Sohn. Jetzt musst du nur wissen, wo es weitergeht. Ja, das ist gerade tatsächlich mein Problem. Fantastisch. Sehr gut. Nicht, dass er jetzt den Checkpoint überradelt hat. Aber er ist gut in der Zeit, ungefähr 1,5 Minuten, 2,5 Minuten hat er noch. Also die Hälfte und er hat den Checkpoint. Das sieht gut aus. Hier kann man doch runterfahren, oder? Ja, noch eine Abkürzung. Ja, muss er ja. Das macht er doch toll. Jetzt sind noch zwei Abschnitte. Ich sprint die ganze Zeit. Also Denson ist ja ins Ziel gekommen. Denson hat richtig Angst um seinen Rekord. Sprint, sprint. Nein, ich hätte nicht sprinten sollen. Ich fahre hier den Stein hoch, gar kein Problem. Das weiß ich aber auch nicht tatsächlich. Nein, das ist gut. Nein, 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 nein. Scheiße, okay, Konzentration, Konzentration. Ich lasse mich nicht mehr ablenken von Denson. Nein, fahr einfach dein Ding. Und seinen Sprint geladen. Du musst auch nicht reden. Ja, das denke ich mir. Du hast nur 1,5 Minuten, also stresst dich nicht. Aber Janina, du hast ja eh schon verloren. Du brauchst jetzt ja auch nicht ... Moment, ich kann es noch verkacken. Bei Wirt verstehe ich das, aber Janina ... Ja, ich glaube trotzdem keine Ah. Ist meine Strecke irgendwie länger geworden? Nee. Jetzt geht es nur noch darum, besser als Denson. Und da ist das Ziel. Hey, Zeit, Zeit! Nein! Also, das ... Scheint mir so zu sein, als wenn du, glaube ich, so ungefähr 15 Sekunden schlechter wärst. Besser. Besser sogar. Ja. Oh, stimmt. Du bist sogar besser. Also, Denson guckt ein bisschen wie Ronaldo damals als Klose den Torschützenrekord bei der Weltmeisterschaft gebrochen hat. Wer das Bild kennt. Oh, boy. Also, Sohn, jetzt können wir es ja sagen. Du hast viel trainiert. Äh, tatsächlich. Ich bin nur auf die Gamescom-Lagen gekommen, um tatsächlich Down Valley Hill Mountainbike zu trainieren. Ähm, ich hab's den ganzen Tag, ich hab ja aufgebaut und da hab ich nur noch das Spiel gespielt tatsächlich, ja. Ja, Wirt, du, musst du einen nach links, bitte? Ah, ja, da. Ja, wird's in Schlucht. Let's go. Nee, warte mal. Bei dir steht Experte. Ah, Beginner, genau. Grasshopper? Ja. So, jetzt geht's um alles. Äh, zwei oder drei Punkte, ne? Ey, wir werden es auch einfach super strong in so games. Muss man halt auch sagen. Jetzt muss man das cum-sum-sum-sum-sum. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit, man hat manchmal das Gefühl, dass es nicht reagiert. Weißt du was? Ja, 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 voll, voll. Oh Gott. Haben die nicht durchgedrückt, die Tassafur? Also, nee. Ja, ich glaube auch, ja. Ja? Okay, also diese Art von Kontrolle, auch wenn er, ja, 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 wenn er diesen kleinen Huckel hatte, also da war ich raus, weil ich nicht gecheckt habe, wann er nicht reagiert auf mein Ding. Also nicht mit der Tassafur, sondern, ja, ja, das ist, genau. Ich glaube, da war ich immer zu schnell einfach. Aber er macht auch so ein bisschen den Giegen, aber konzentriert. Ja, also wenn man halt die Map nicht kennt und das Game halt nicht kennt, so, dann halt die ganze Zeit zu sprinten, so, das macht halt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Aber er macht halt krass, sagt mir, dass du getrunken hast. Ja, das stimmt. Das stimmt, da. Bist du auch ein Relized- und Raudi-Fahrer? Nein, gar nicht. Nein? Aber du hast ja auch schon tausend Stunden in dem Game. Du hast auch schon in dem Game gemacht. Ja, ich habe das gemischt, dass du die tausend Stunden. Zu mehr tausend Stunden. Die ganze Zeit. Ich glaube, ich glaube, ihr müsst auch einmal hier mit ausruhen. Wow. Wow. Ja, gut, das war gut, das war gut. Für jeden ist es noch ein Rennen. Also, das... Auf jeden, ja, ja, ja. Ich habe am Ende nochmal viel Zeit fliegen lassen, so. Ich habe am Anfang sehr viel Zeit verloren. Ja, aber das... Also, wenn du es jetzt gut machst, ist ja auf jeden Fall noch alles drin. Oh, das ist riskant. Oh, 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 oh. Das ist riskant. Er wollte es wissen. War das überhaupt notwendig, dieses Risiko? Aber ich finde es gut, dass er ein bisschen Show macht hier. Oh, ja, das war wichtig. Ungefähr jetzt noch zweieinhalb Minuten, also die Hälfte der Zeit. Bleibt dir noch anderthalb Minuten bis zu Soons Bestzeit. Ja, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen weird, wo man den Weg finden muss. Ich glaube, es ist ein Stein, es ist so krass, das ist das erste Level. Was meinst du, was da ist? Ja, ja, ja. Aber weißt du, was ich glaube, dass man schon eine gute Lernkurve irgendwann in dem Spiel hat? Voll, voll. Also, wenn du irgendwann endlich mal raffst, wann der Abhahn... Ach, komm, ey, so langsam rangefahren. Mit diesen rechts, links. Ich glaube, dann geht's. Weil es macht schon Spaß. So ist es nicht. Das ist auch bestimmt ein richtig geiles Speedrun-Game, wenn du die ganzen Shortcuts gennst und sowas. Das macht bestimmt auch richtig Bock. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also auch wenn ich reinkam, am Anfang hatte ich trotzdem Spaß. Was ich beim Fahrradfahren nicht behaupten kann. Ja, bist du schon mal Fahrrad gefahren? Ich bin in meinem Leben schon mal Fahrrad gefahren, tatsächlich. Vor allem auch Hügel. Dadurch, dass ich aus Bayern komme, ist es halt extrem hügelig. Bei uns hat man... Jeder hat ein Mountainbike eigentlich. Man hat gar nicht so Stadtleder, weil es sieht exakt so aus in Bayern. Ja. Deswegen dachte ich, meine halbe Verbundenheit hilft mir. Aber ich bin so sehr Hamburg geworden. Vielleicht bist du immer nur Berge hochgefahren anstatt runter. Ich bin nur Berge hochgefahren. Ja. Du hast recht. Und dann immer runtergelaufen. Wenn man seine Waren kennt. Ja, das stimmt. Aber runter kann er auch. Ein oder zwei Minuten. Nee, was? Eins, elf. Jetzt musst du Gas geben. Nein! Einen Ziegenbock! Du hast noch eine Minute. Aber nicht hektisch. Boah, 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 boah. Nee, der macht das gut. Macht das schon. Ja, das ist die Abkürzung gewesen. Es ist halt echt immer so dieses, ey, nehme ich die Abkürzung oder nicht? Ja, voll, voll. Und das in so einer Zehntelsekunde... Ja, voll, voll. Bisschen spannend. Boah, aber das finde ich krass. Ich hatte das hier in dem Abschnitt, war das eigentlich auch Quatsch, hier die Abkürzung zu nehmen. Ich hätte auch einfach sicher spielen sollen, glaube ich. Ich habe mich verfahren. Ich habe mich verfahren. Oh nein. Ich habe mich verfahren. Und die Zeit ist um, aber wir lassen dich noch mal reinfahren für das Gefühl. Für das Gefühl. Für das Gefühl. Phasenweise sah es so aus, als wenn du hier nochmal an der Bestzeit kratzen könntest. Nee, nee, nee. War das wenig überraschend? Nee, ich meine, also jetzt. Also vorher wäre es natürlich nicht vorhersehbar gewesen, aber jetzt, glaube ich, weiß man, weil die Performances doch so unterschiedlich waren, wie es ausgegangen ist. Auf einem fantastischen vierten Platz und damit 97 Punkte hat Janina. Für die 97 Punkte. 98 Punkte und Platz 3 ist Wirt, der sich gerade noch mal kurz nach Ablauf der fünf Minuten Grenze über die Ziellinie gerobbt hat und auf Platz 2 mit 99 Punkten, Densen 86. Gute Performance und man muss sagen, du musst es vorlegen. Das war die undankbarste Startposition. Aber auf Startposition 3 haben wir den erst platziert und das ist Sohn. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst 100 Punkte. Yes. Ja, ich bin stolz. Behalte dir den Stolz bei. Wer weiß, wie lange du ihn noch tragen kannst, denn das war ja nur das erste Spiel. Wir machen hier gleich an Ort und Stelle weiter mit dem zweiten Spiel, was natürlich noch um einiges anspruchsvoller ist, euch noch einiges mehr an Skill abfordert als Downhill Mountain. Welches Spiel das ist, erfahrt ihr gleich. Aber erst haben wir noch einen Surprise Contender. Leon von Pontschwa. Hi, hi, hi. Ich war eben spontan angefragt. Ich wurde gesagt, ich soll Konkurrenz zu dem da sein. Ja, man, setz dich mal hin. Wirt, komm zu uns. Ich bin gespannt. Ja, hab ich nicht. Ja, ja. Okay, okay. Pass auf Leon. Ja. Wir spielen natürlich mit Tastatur. Okay. Du musst nochmal Berg auswählen. Berg auswählen. Berge? Spiel starten. Ja, Spiel starten. Okay, okay. Das hier? Ja, Raiderhorn. Und Witwinschlucht ist richtig. Okay. Und dann auswählen. Ja, richtig. Krieg ich die Steuerung noch gesagt, du musst dich selber auswählen. Okay. Es gibt zwei Leute, die auf Platz 1 sind hier, die diese Taste aber nicht benutzt haben. Okay, ich verstehe. Stopp, um Beginner einstellen, bitte. Beginner, ja. Das ist natürlich eine Variante, die man wählen kann. Man wird aber dadurch nicht sehr beliebt. Okay, okay. Ist das hier die Bestzeit von euch? Ja. 2,48? Nee, nee, nee. Es gibt aber auch Leute, die haben es nicht beendet, die Strecke. Aber die sind trotzdem was wert. Finde ich auch, finde ich auch. Genau, vier Minuten war. Vier Minuten, okay. Bitte nutzt die Sprinter. Gut, dann. Okay. Okay, da gehe ich mal rein. Let's go. Darf ich? Wenn du W drückst, geht's los. Okay, ich drück W. W. Zeit? W. W. Go. Okay, Zeit. Du kannst auch bremsen. Wie bremse ich? Mit S? Ja, mit S. Okay, die Maus kann ich loslassen. Okay. Okay. Oh, okay. Schiff ist gut. Schiff ist gut. Schiff ist gut. Schiff ist gut. Okay, ich drück Schiff. Oh mein Gott. Ah. Ich war schon permanent am Sprinten. Ich war schon permanent am Sprinten. Okay. Okay. Ah, ich schaff komplett vorne. Ja, es gibt Checkpoints. Ja, es gibt Checkpoints. Okay, okay. Ich hab keinen erreicht. Wie lang ist diese Strecke? Nein, es ist sehr lang. Okay, ich versteh schon, ich versteh schon. Oh Gott. Das Schlimme ist echt, dass einfach aus dem Nichts plötzlich Steine kommen. Das macht ein bisschen Angst. Ja, ich hab ein bisschen Angst davor, nachdem ich sie hier benutzt hab. Okay. Oh, okay. Shift, shift. Jawoll. Shift, shift. Oh, das ist ein Checkpoint? Okay, okay. Shift, shift. Shift, 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 shift. Shift, 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 shift. Okay. Gibt es hier auch so Shortcuts, oder? Ja, ja, aber die sind Whisky. Wenn du zu tief fällst, geht es halt nicht. Ah, okay, okay. Nicht, was du machen kannst. Okay. Musst dich auch mal trauen. Ich trau mich, shift. Oh, okay. Man muss sich mal trauen. Was passiert hier? Was passiert hier? Wo geht's lang? Wo geht's lang? Checkpoint. Checkpoint. Ich soll shift. Oh, oh, oh. Okay. Die macht Rückwärtsgang. Okay, okay. Leon versucht die Ziege, aber es hat nicht funktioniert. Die Bergziege? So nennt man mich auch in Fachkreisen immer. Was ist das denn für ein Geheimweg? Oh Gott. Das hast du verdient. Ja, das hast du verdient. Okay. Ja, das ist richtig klug. Ja, die habe ich gerade gesehen, als ich runtergefahren bin. Ich kriege die Rangordnung da, wer weiter oben steht und so. Und nach unserer Rangordnung stehe ich noch ziemlich weit oben. Das stimmt, ja. Ja, das ist richtig krass. Ja, ja, ja. Das ist richtig krass. Okay, hier sind die Schneider. Warte mal, kann man hier runter? Kann man hier runter? Das sagt auch so was, als könnte man hier runter. Hier so. Ja. Wo bin ich? Sprint, 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 sprint. Oh, shit, stark, aber stark. Oh. Ah, ja. In Leons spielt das Game eine Minute hat schon alle Speedruns-Traktiken drin. Oh, mal 6D. Der ist hier völlig krass. Okay, okay. Sprint. Im Shortcut halt, der war direkt ganz unten so. Er findet einen, der ist direkt am Ziel. Okay. So wie die Schlange bei Only Up. Oh, das ist ja ein Reverse Speedrun. Die Schlange bei Only Up. Nur Only Down. Wie heißt das? Getting Over It meinst du, ne? Getting Over It, ja. Ja, eher so. Okay. Ja, bei unserer Version, oder? Nee, das war Beamia. Oh, Baum! Wer hat den hingemacht. Der ist neu. Getting Over It war das mit dem Topf mit dem Hammer, wo man so hoch musste. Zwei Minuten, oh. Zwei Minuten, Leon. Okay. Warte mal, hier kann ich auch runter. Das sah gut so aus. Kann ich etwa gerade in einem Game die Legende Densen und die Legende Leon auf einmal schlagen? Oh! Ich hab so einmal ein Game gefunden, dass du extrem gut kannst. Okay. Vielleicht werde ich einfach Downhill-Fahrer Mainstreamer. Wo muss ich hin? Das ist nicht schlecht. Das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, Leon. Hier geht's hoch, guck mal. Shift, shift. Ich glaub, das ist falsch. Wichtig hoch? Das fährt wieder hoch. Ach so. Der sagt jetzt doch einer. Boah, das kann ich ja nicht wissen, wenn jemand das sagt. Okay. Er wollte noch kurz im Kiosk. Ja. Schöner aus für den Chat. Wollte noch kurz im Kiosk. Ja. Schöner aus für den Chat. Die Stelle hier ist immer... Also ich fand die ein bisschen tricky. Oh mein Gott. Vom Sehen her meine ich ja. Okay, let's try. Ja, ich glaub der hat auch Densit. Ja, ja. So, hier muss ich ja aufpassen. Also die Sprint-Taste wird schon kalt langsam. Ja, ja, ich hab ein bisschen... Das ist noch 20 Sekunden. Wie weit muss ich noch? Es ist machbar. Du willst damit? Also... Durch Shift! Oh mein Gott. Shift! Ja. Scheiße. Okay, aber was will ich hier abkürze? Ja, easy. Scheiße. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden noch. Okay, ich hol das Beste raus. Und wir halten Zeit ab. Okay, Zeit wird gestoppt. Das war aber gut. Ah, ich wäre Abstand 6 von 7? Also ich war kurz vorm Ziel. Du hast kurz... Ja. Du hast, ich glaube, vierter Platz. Also vor Janina in jedem Fall. Okay. Und ich glaube... Hinter wird, ne? Also Platz 2 von hinten. Das finde ich gut. Oder? Für die Leistung. Ja. Und dafür, dass du das zum ersten Mal gespielt hast, oder? Ich glaube, ich hab's schon mal irgendwann gesehen. Wir hatten's, glaube ich, damals bei einer Gamescom, wo es das als Early Access gab, wo wir die Demo vorgestellt haben mit den Entwicklern. Da haben wir's, glaube ich, mal angetestet. Aber ansonsten, das fertige Spiel hab ich, glaube ich, nie gespielt. Respektabel. Du hast auf jeden Fall ein Instinkt für Shortcuts. Ja. Ich bin... Auch nach oben. Richtig, ja? Auch nach oben. Richtig, ja? Ich hab noch ne Liefur gemacht. Ähm, so. Jetzt hätten wir ja eigentlich ein finales Tableau. Wenn wir nicht noch ein... Secret Contender aus der Community! Wow! Hey! Noch ein Secret aus der Community! Hallo! Wer bist du denn? Ich bin Max. Hi! Hi, Max! Hi, hi, hi! Max, es ist ein bisschen awkward, weil wir sind hinter dir. Ja, ich muss nach vorne gucken, während wir uns unterhalten. Lass dich nicht davon irritieren. Brauch ich das Headset? Ne, du brauchst einfach nur da rein, sprechen in das Mikro. Äh, hast du schon mal dieses Spiel gespielt? Ne. Hast du ein bisschen zugeguckt? Ja. Okay, fühlst du dich... Warte, ich stemme sich. Fühlst du dich gut, Max? Also, okay, einfach zurück. Ja, ich fühl mich gut. Okay, Janina hilft dir. So. Von Anfang an, oder? Start von Anfang an hättest du auch einfach machen können, Janina. Schade! Das ist übrigens die richtige Kamera. Also nicht die. Ah, okay. Langsame Maschine. Ja, das ist halt langsam und stetig. Wie heißt die? Und Shift ist sprich mal schon mal als wild und turbulent. So, mit stimmlicher Untermalung von Densen. Oh, Alter, das ist ja Spiegelverkett. Du redest so viel, ich wollte dir das Mikro geben, dann hört man dich. Das kann ich mal nehmen. So. So, jetzt können wir mal ablästern. Ne, bitte nicht. So, wie sieht das aus? Ja. Oh, das geht sogar. Aber Enter drücken. Du musst dir ändern das so. Aber das hat funktioniert. Ich meine, das hätte schon Megastrecke abgekürzt. Ja, ist doch recht. Oh mein Gott. Na, übertreibs nicht. Okay, das wird nicht klappen. Aber es war einfach so fährt. Ui, ui, ui. Also, man kann hier und schon nachschauen. Ja. Aber allgemein im Weg folgen, ich glaube, ich habe keine schlechte Idee. Was hat so gut funktioniert gerade? Ja, alles gut. Aber es sieht gar nicht schlecht aus, um ehrlich zu sein. Ich finde, der Anfang ist halt das Problem. Erst mal kurz klarkommen mit dem Game. Ja. Oh, nein, 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 nein. Das glaube ich nicht. Scheiße. Darf ich scheiße sagen? Ja, ne? Also, ich finde es schon auch mal was wagen im Leben. Du meinst den Shortcut zu nehmen oder das zu machen? Ja, das ist ja schon. Scheiße. Okay, ich fahre einfach den Weg. Wenn du den Weg fährst, ist es ein bisschen besser. Theoretisch könntest du mit der Shift-Taste sprinten, wenn du wolltest. Ja, ich weiß. Das ist schon deutlich. Genau, deswegen mache ich es nicht. Ich will das ja nur sagen. Ja, nein, 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 nein. Ich habe aber nicht gesagt, am besten sprittest du jetzt nur noch. Wann bist du das letzte Mal Fahrrad gefahren? Fahrradfahren und ich sind eigentlich keine Freunde. Ich finde Fahrradfahren echt so ein weirdes Zwischending. Entweder du läufst und ich laufst. Ach komm schon. Oder du fährst Auto oder Zug oder Scooter oder so. Aber Fahrradfahren ist komisch. In der Heimat immer. In Hamburg ganz selten. Okay. Kann mich nicht erinnern. Nein. So lange? Irgendwann mal Tandem im Urlaub. Aber ja, ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal ein Fahrrad gehabt habe in meinem Leben. Es ist ja auch so ein Laufen. Alter. Es ist auch so abfuckt, dass es spiegelverkehrt ist. Das ist ja ein Laufen. Ja, da sind die Hände. Na klar, wir kriegen leere Dosen. Oh, eine Hand haben Sie noch frei. Oh, danke Erdnach. Das ist ja gut, dass Sie alle noch frei haben. Das ist leer. Klar, wir kriegen leere Dosen. Das ist ja alle noch eine Hand frei. So ein Zugeweil. Das ist eine große Ehre. Ja, herzlichen Dank. Das hat die Auge, Entschuldigung, das tut mir so leid, aber das war ja jetzt nur, das war ja ein Anschlag. Entschuldigung, ich habe die einfach aufgemacht, ich dachte, ich könnte das mit dieser Dose aufmachen. Entschuldigung, ich würde mal das Mikro kurz abgeben. Wir konzentrieren uns jetzt wieder aufs Spiel, während Densen hier alles dreckig macht. Aber wir sehen, es sind immer noch fantastische Shotcuts. Scheiße. Das wäre so geil gewesen. Das wäre so geil gewesen, ja. Ja, oh, strong. Nein, aber ich frage mich, ob man dann auch durch Shortcuts Checkpoints verpassen kann und dann halt nicht zurückgesetzt wird an der Stelle. Aber also das wäre fair, weil Risiko, weißt du? Ja, 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 ja. Genau, eine Minute noch. Ich würde gerne mal so ein Speedrun sehen. Ja, ja, ja. Hast du doch schon? Mein war ein sauberer, ein Picnic Speedrun. Ja, verstanden. Alter. aber also man muss doch sagen die steuerung ist also es ist spiegelverkehrt und das macht das so schwierig ja man muss sich da immer sehr dran das ist der wird so liebe max aber egal hat spektakulärer versucht shortcut zu entdecken hat mehr stürze muss noch mal was war es genommen für die forschung für die forschung danke dass ich dabei sein durfte sehr gerne dankeschön ich würde klatschen wenn ich könnte aber ich kann jetzt haben wir ein applaus haben wir fast ein endergebnis wenn wir noch ein sequel contender wie geht das spiel du fährst fahrrad ja genau sobald du los fährst geht die zeit los wie heißt du denn ich bin der sandro hallo also wer ist genau du kannst auf shift noch sprinten auf es bremst du halt so ein bisschen er ist doch sorry denn sind dass wir den weg was das ziel das ziel ist ganz unten anzukommen okay und downhills einfach du hast immer wieder so ein paar checkpoints wenn du dadurch fährst wirst du da zurückgesetzt okay und genau genau mal gucken ja bisher machst du das sehr gut ich probiere alles okay ja aber ja ja ich sehe hier jemand der traut sich was der drückt auch mal die schiff taste okay komm drückst du mal die schiff taste so ja gleich immer gummi gibt mal gummi sehr gut so und jetzt taktisch also ich glaube da dauert dann auch allerdings nicht auch da war nicht auch direkt am anfang ist und an wo so grüner teppich ist da 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 und ich glaube das ist ein hinweis dass man da runter kann ja ja was cool ist beim spiel kannst du einfach jeden hinsetzen und jeder braucht innerhalb von wen außer mir wenigen sekunden wie das spiel funktioniert das ist ganz cool eigentlich das ist ganz cool eigentlich für so ein party-game das ist sehr erkennig hier ja genau ja 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 erkenntlich ja man muss einfach nur den drücken okay da fahr ich diesmal nicht wohin nein das wollte ich doch nicht aber nicht bei jedem mal ne 10 mal sterben ich glaube jetzt mal so ein bisschen auf sicherheit einfach zum ersten checkpoint kommen ich versuch's ab dann geht's auch ja genau genau so appreciate das was er hier macht okay und jetzt nicht wie vorher die ganze zeit das ist das ist nur die erdbeermarmelade vom picknick genau man hat einen unfall und dann hört man sich aufzufahren so ich habe mir nur den kleinen zähl gestoßen okay da das ein checkpoint okay aber man muss ja auch sagen also wir alle hatten ja also so ein bisschen den vorteil dass wir auch die strecke schon gesehen haben bei den anderen die gefahren sind und unsere nahe unsere secret contender gucken sehen jetzt das game zum ersten mal und die strecke ich glaube das hilft schon schon sehr schon dass ich natürlich auch professioneller downhill fahrer das wissen die wenigsten und ich konnte da auch ja also ja ja also in meiner gegend bin ich schon sehr bekannt für meine da und ich weiß nicht das letzte mal fahrrad ja noch also nicht normal downhill fahrrad das ist ja was anderes also densen läuft mit dem fahrrad runter dann den berg das war mein vorteil einfach lebensmüde irgendwie oder das mal 90 grad mit einem zweirad unterbremsen also es gibt ja diese super extrem downhill krassen menschen da denke ich mir auch so aber es gibt ja auch so so extra so downhill strecken so wie dann so mega kurvig sind und das sieht super geil aus das würde ich auch gerne mal machen echt ja ich habe hier in der nähe in frankreich gibt es sind leute das mit skateboard gefahren sind und dann sind es halt keine wald strecken sondern so straßen strecken und das sah immer cosy aus ja schon cooler aber das fand ich schon cool auf so ein auf dem brett halt weißt du das fand ich irgendwie cooler als auf einem zweirad wir konzentrieren uns noch mal auf das game wir haben auf jeden Fall ein bisschen progress mittlerweile ja ich komme voran ist nicht sehr gut aus glaube man muss sich halt so schade das ist die downhill erfahrung man muss sich halt super krass an die steuerung gewöhnen so selten da da wieder ein kleiner schiff die und dann stirbt man es ist noch eine minute hast du okay aber lass dich dadurch nicht stressen genießt die aussicht der wunderbare sound im stream wird ja wahrscheinlich gehört könnte ich mir vorstellen also ich denke im stream hören sie ganze zeit unsere todesschreie von uns so dass du wirklich das gefühl hast du fährst da jetzt ja so ein bisschen vogelswitschern ja ehrlich also das ist richtig cool 30 sekunden okay okay und abkürzung jetzt noch mal die bergzeige die bergzeige oh das war sehr sehr gut vielen dank für den mut danke dir und wir haben natürlich jetzt eine leicht korrigierte rangliste aus der aber alles secret contender überraschenderweise gestrichen werden einfach um euch die chance zu geben trotzdem noch zu gewinnen danke schön danke schön bitte schön wir werden jetzt eine kleine pause machen die zeit nutzen wir um hier um zu bauen weil wir gleich das alles entscheidende spiel noch mal zur erinnerung wir haben ja einen vorläufigen zwischenstand so 100 punkte denn es 99 wird 98 jannina 97 punkte aber noch ist nichts entschieden gleich beim nächsten spiel ihr werdet augen machen und baustütze klauen was auch klötze staunen was es hier zu sehen gibt wenn wir wieder zurückkommen live von der gamescom lahn hier in köln bis gleich herzlich willkommen zurück live aus köln von der gamescom lahn gerade eben haben wir die spektakuläre erste runde gesehen in der es heute darum geht wer ist der gamer oder die gamerin mit dem höchsten skill in ganz deutschland eventuell europa oder auch der welt aus runde eins ist so hervorgegangen als der führende hauchzart vor densen wird und janina aber entschieden ist noch lange nichts wir spielen jetzt in umgekehrter reihenfolge also wer gerade den vorteil hatte als letztes starten zu dürfen muss nun als erstes ran dass es wird und wir spielen jump king und wer hier der sprungkönig ist das erfahren wir jetzt wird es bereit ich war noch nie bereiter sehr gut okay dann legen wir los 321 noch ein bisschen es gibt eine kleine geschichte die müssen wir jetzt nicht lernen ich muss hier erstmal hochkommen so sieht es aus und das ganze wird natürlich kommentiert von densen ja ja jump king geiles spiel kennt ihr es die jump king legende nein 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 also jump king fantastisches spiel habe ich aber echt auch nur vielleicht wenn es hoch kommt in meinem leben eine stunde gespielt alles zusammen addiert muss man sich hinfliegen damit man ja du kannst nur aus dem stand springen du lädst mit der ich glaube mit der lehrtaste die sprung die sprungweite auf und sobald du los lässt wird es dann ausgelöst das problem bei dem spiel ist du tilt es halt weil du kannst komplett nach unten fallen wieder also wir sollten vielleicht die regel machen wer die höchste plattform erreicht hat also so dass das dann quasi gespeichert ist weil sonst sind wir am ende alle ganz unten und dann geht es nicht weiter genau du hältst nur nach links und rechts oder die sprungtaste mehr gibt es nicht aber das ist halt das problem da haben wir das problem schon ja ich meine wir haben ja schon mal so spiele dieser art gehabt und da hat wer zum beispiel so denkwürdige situation wie das florentin will im beef einfach stehen geblieben ist weil er gesehen hat die anderen kommen hier nicht hoch warum soll ich was riskieren hat natürlich auch eine ganz andere dramatik dann auch aber ihr wollt lieber wer den höchsten punkt hat das ist natürlich auch okay ihr könnt die regel selber machen von daher ach so du meinst also es wäre vielleicht schlau zu sagen wenn ich jetzt glaube hier kommt keiner hin dann bewege ich mich nicht mehr das natürlich auch super gemein ist weil er nicht zeitgleich spielt sondern nacheinander und dann kannst du ja dann ein bisschen das risiko zu sehen das ist ja noch ein größerer vorteil als beim ersten spiel dann tatsächlich von daher finde ich deinen vorschlag besser zu sagen wer als den höchsten punkt erreicht hatte okay das heißt wir merken uns so ein bisschen die screens das geht ja also ich habe ich habe noch nie gespielt ich habe es aber bei leon schon ein paar gesehen auf jeden fall die kommen absolut kein gefühl dafür wie man auflädt und wie man es ist katastrophal nein also immer nur im rahmen wenn ich mal irgendwo in der show war dann war das so eine challenge oder so aber noch nie zu hause wo ich gesagt habe ich mache das mal zumindest schon mal ein zwei plattformen so ich sag mal insgesamt eine stunde in meinem ganzen leben vielleicht alles zusammen maliert tatsächlich sogar zum ersten mal also ich habe das vorher noch nie gesehen kann ich aus das ja ist es ist es ist schön einfach so wie dann hätte der shovel night neuen job ja das aber aber das ist an solchen spielen dieses erkältige ist cool weil jeder versteht sofort wie das game geht ob du kannst das natürlich nicht sofort aber du hast sofort verstanden was eigentlich zu tun ist und das ist cooler als wenn du jetzt zehn minuten erst mal überlegen muss wie welchen knopf drücke ich eigentlich für welche die ist knifflig weil ich komme da ich glaube er muss die unteren überspringen oder weil da von da kommt er gar nicht rüber ich glaube ganz kleinen gefahren glaube du kannst ganz klein machen ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht also ich denke wenn du so ganz kurz tappen weiß nicht wie weit du dann zur seite springst boah das ist aber auch mal direkt hoch ne 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 ich glaube nicht das ist so okay warum ist das da so schwer aber ich glaube das tappen ist das ding oder ja und das game ist halt wirklich extrem lang also das ist ein bruchteil von dem und du kannst halt von um ja es gibt immer wieder so ebenen wo du nicht mehr runter fällt wieso das ist ja aber ja du kannst halt in der regel immer sehr weit wieder nach unten fallen ja okay okay wie klappt es wie klappt es über den rand links springen wenn du quasi nicht nach rechts nach links springst ja und dann gegen den rand gegen und dann ja wir haben den dritten screen gesehen also ihr habt ja gesehen wo ich gelandet bin ich bin vor der plattform gewesen der zweiten sehr klein ja das ist ein killer game aber ist es da so dass wenn man da mal in so ein flow kommt so okay so springt er dass man dann so ein vibe hat oder es ist immer scheiße du bist natürlich nicht wie länger du spielst kriegst du schon so ein gefühl dafür aber ich glaube das ist immer schwer es gibt neue jams und sowas die halt die du neu lernen muss quasi wo du ein neues gefühl für bekommen aus deswegen ich glaube und du tilt ist halt einfach super schnell okay das sieht schon nach einer dämlichen hürde aus um ehrlich zu sein ja ich muss leider sagen die zeit ist auch vorbei wird das hast du ganz toll gemacht naja ich hier ausgangsposition und ja gewonnen hast du einen besuch der maus für deine klasse die 2b aus reineckendorf freut sich auf den besuch der maus die kommen dieses jahr zu dir das hast du dir spielt das ist ein trostpreis und jetzt ist so an der reihe der mann der jetzt gerade führend ist und das ist eine recht dramatische situation denn wir haben jetzt noch nicht festgestellt was ist denn überhaupt die technik mit der mann weiterkommt das ist ja nie das großer vorteil denn sind sogar und jetzt muss du natürlich gucken ob er dann eine lösung findet und zwar 321 ab jetzt ganz wichtig ist du musst dich du musst das fühlen also du musst glauben du bist jetzt gerade dieser typ der da springt zu und ach feiltasten du musst das wirklich fühlen ja ich fühle das komplett ist richtig sonst kannst du das nicht das sonst kannst du da kein gespür für wo ging es dann ein versetzen du bist der ritter der da jetzt hoch will ja ja das ist okay wir machen das aber wieder ganz entspannt und wir springen einfach wieder wir springen einfach wieder nach oben das spiel ist die reinste katastrophe ja ich glaube du spielst es nicht so nicht sagst du es ist ich fühle das jetzt schon richtig hart ich fühle gar nicht zusammenreißen dass ich nicht rente weil ihr wart alle so ruhig ja und ich war so das ist nicht bieft junior hättest du gerne andere sachen gesagt los hoch dover ritter ja kannst du ruhig machen ist nicht dein kanal ja gut jetzt sehen wir war so ja ja das ist die stelle es war schon jetzt nicht mal gespannt wie es erst macht aber ich fand du hast es eigentlich ja ich glaube du musst ja rico stehen du musst da ganz doll gegenspringen und dann rico stehen und das habe ich nicht gemacht aber wo willst du dagegen springen das ist doch die an die decke an die decke meinst du gegen die decke ne 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 so funktioniert ich habe keine ahnung ich bin mir nicht rübergekommen das gibt es ja nicht nicht dass das jetzt hier das nadelöhr wird ja scheiße mir ist doch so fies dass man da komplett runter fällt ja ich will spielen nur damit ich nicht mit sehen muss weil das ist das macht ein ganz wahnsinnig also ich finde wenn wir noch ein bisschen zeit haben dann solltest du es auch ausprobieren jetzt muss es einmal machen ja ich auch nicht hast du getappt vielleicht nun sei ein ehrenmann und verrate deine strategie ich habe getappt ja ja ich bin raus maschine jetzt ist er drin jetzt fühlt das jetzt ist der ritter jetzt ist der ritter spiel sein muss ich auch sagen recht aber er gibt sein bestes halt mal im bier ich mach das auch gleich die frage ist was ist denn die story warum möchte dieser ritter unbedingt da hoch was gibt es da und warum sucht er sich nicht einen einfachen weg aber die story ist relativ offensichtlich unten rechts sitzt dieser lang nasen zauberer und der ist leider in einem endlosen schlummer schlaf gefallen aber dieser zauberer ist der einzige der dem rittersmann helfen kann die prinzessin wieder aus den fängen des bösen zauberers zu retten aber der gute zauberer der unten schläft kann nur mit der pampelmusen frucht wieder aufgeweckt werden an der pampelmusen frucht wächst ganz oben der baum krone des ewigen baumes und da muss er jetzt hoch das ist die geschichte ich glaube ja das ist die story ja ja ich glaube auch dass sie das ist eine pampelmusen war ja mach es jetzt tun zeig uns wie es geht so stehen alles einprägen für den run gleich gut also man schon stark im vorteil wenn man zuschauen darf er danach wäre ich würde sagen wer das ganze gewinnt darf am ende das spiel deinstallieren einfach so als befreiungsschlag schade so ein sehr schlecht alter aber das ist also es ist krass wie konzentriert man in dem game ist also weil ich habe gar keine kraft zu reden eine minute hast du noch machen wir ein rennen ich glaube jetzt ist es auch war Der Langnasenzauberer. Gib ihm doch seine Pampelmuse. Nein, nur die Pampelmuse. Aber das ist für dich Kindergeburtstag. Ja, das kriegt er super. Ich habe Probleme gehabt, da hochzukommen. Ich habe mich nicht getraut, viel auszuprobieren. Das ist halt das Problem. Ich glaube, hier ist es doch ein ganz schön großer Nachteil anzufangen. Aber erst habe ich gedacht, es ist ja kein Nachteil, weil man muss ja eh erst mal damit klagen. Ja, hier ist schon ein Nachteil. 10 Sekunden noch. Ich habe in Runde 1 gestartet. Ja, ich wusste nicht mehr. Nein, das habe ich einfach... Ich habe gesagt, ich fange an. Aber ich glaube, ich würde sagen, ich habe solide vorgelegt. Sehr solide vorgelegt. War nicht gut, aber... Ja. Solide halt. Ich bin gespannt auf deinen Try. So, Janina, zeig uns mal, wie man springt. Springen ja, aber gleichzeitig laufen. Ich laufe natürlich runter, bevor die Zeit losgeht. Geh die mal zu runter. Habe ich doch gesagt? Ach so. Ich dachte... Okay. Aber es ist halt auch immer so ein... Okay. Ready? Man kommt halt an eine neue Stelle. Okay, go. Man weiß nicht, wie man springen muss. Man fällt garantiert halt, fahr mal runter. Man muss immer wieder neu an die Stelle. Ist die Frage, muss man vorher schon die Falltaste drücken? Ja. Ah, vorher? Ja. Kannst du nicht laden und dann... Nee, nee, nee. Du kannst nicht drücken und dann laden. Also ich lade... Ich weiß gar nicht. Du musst laden und dann in dem Moment dann halt in die Richtung drücken. Ah, ja, ja. Verstehe. Du kommst nur drauf an, wann du loslässt, ob du links oder rechts hältst. Okay. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall echt tatsächlich sehr weird an. Das ist ganz merkwürdig. Ja. Es ist wirklich irgendwie intuitiv, aber irgendwie auch gar nicht. Oh boy. Ja. Sieht auch gut aus. Oh, warte. Hä, aber... Wenn ich zuerst die Pfeiltaste drücke, äh, die Leertaste, dann macht der... Dann lässt der von alleine irgendwann los, ne? Ich glaube, es gibt eine Maximalhöhe. Du kannst nicht unendlich lange die Leertaste drücken. Ja, leider nicht. Irgendwann springt der los. Ja, alright. Okay. Also sonst würdest du einfach nur gerade nach oben an dem Baum springen. So. Ja. Sehr gut. Oh, shit. Aber das ist natürlich auch fies. Du siehst es halt. Hä, eigentlich? Woher weiß ich denn, wann die da ist? Als ich dort war, erst mal hochgesprungen, um zu gucken, okay, was passiert da jetzt? Eigentlich schlau. Eigentlich schlau, ja. Ja, ich bin gerade hochgesprungen. Okay, warte mal. Muss man natürlich so ein bisschen weiter hier starten. Ui. Oh, shit. Oh, shit. First try. First fucking try. Oh, bitte nicht. Das war das Karma direkt dahinter. Okay, aber es ist schon mal der komische. Das heißt, ich bin nicht hinter mir. Es sind die kleinen der Folge. Ja, aber es ist schon echt ein Vorteil, wenn man halt anderen Leuten erst mal zusehen kann. Ja, das glaube ich tatsächlich auch, ja. Ja, ja. Erstmal muss ich ja überhaupt so hochkommen. Vielleicht bin ich ja ganz, komm ich gar nicht hoch. Das ist aber nicht so einfach tatsächlich. Dann steh ich da. Vor allem, oh, vor allem hab ich mir um den danach Gedanken gemacht. Den fand ich, also, der, der nach diesem komischen Double kommt. Den haben sie schon fies geplaced. Digga, ich geb's hier doch kurz mal da drauf. Gerade später in dem Game, wo dann noch schwierigere Jumps kommen. Das ist halt dieses, wenn du dann an dem Jump wieder ankommst, diese Nervosität, die du dann auch hast, einfach das wieder zu verkacken und wieder ganz runter zu fallen. Das ist einfach so wild bei dem Spiel. So richtig alt F4-mäßig. Genau. Es kommen auch später auf die mehr noch Schrägen, die überhaupt gar nicht mehr verzeihen, dass du runterfällst. Also du bleibst gar nicht mehr liegen, sondern die Schrägen führen dich nach unten und du fällst und fällst mehrere Screens runter. Warum steht man sowas? Eine gute Frage. Das frag ich mich tatsächlich auch, ja. Na gut, 95 Cent of Steam oder wieviel das Spiel kostet? Ja. Ist jetzt nicht zu teuer. Das ist wie Only Up. Das ist halt auch so. Das ist so beschraft, da runterzufallen. Und deswegen denkt man da nicht drüber nach. Aber eigentlich musst du dir natürlich bei allen... Ja, ja, Nina und ich hatten gerade schon im Stream gemeinsam einen Dönerladen aufgemacht. Da hat sie sich ein bisschen noch... Also, sie stellt sich hier ja schon gut an, aber da hat sie sich noch besser angestellt. Da hat sie sich Mühe gegeben. Da hat sie sich Mühe gegeben. Ich will ja nicht alles gewinnen, wisst ihr? Oh, ein Eckloch da links! Holy Shit! Es ist wirklich nicht so schwer. Aber man stellt sich jedes Mal wieder gleich dumm an. Ne, äh... Ne, ist ein entspanntes Spiel. Auf den Freitagabend. Ich lieb das, dass man da das macht. Es ist Freitagabend. Ja, die beste Zeit für Jumpking. Ja. Was könnte man Besseres machen? Ich finde auch, das ist auch einfach so ein Game für die Familie, muss ich sagen. Also einfach mal mit der Familie alle am Wohnzimmer Fernseher versammeln. Macht Jumpking an. Man hat aber eine schöne Zeit. Ist doch einfach zu erlernen. Brauchst du ja nur drei Tasten. Genau. Kann jeder. Ich glaube einfach auch supergut für so kleinere Kinder, die so zwischen fünf und zehn sind, die auch kein Problem damit haben, irgendwie in Games zu failen oder so. Genau. Das ist wichtig. Das ist glaube ich perfekt dafür. Oh, das ist wie... Boah, da klappt das Tiere-Kack-Loch. Hab ich das gesagt? Ja. Ja, auch so. Sowas hab ich nicht gesagt. Nee, sowas sagt man nicht auf Twitch. Oh mein fucking Gott. Ey, das ist halt wirklich so... Man muss sich schon hart konzentrieren, weil sonst nimmt man diese Kack-Jumps nicht mehr ernst. Weißt du, was ich meine? Und der Zeitdruck obendrauf ist halt auch nicht so vorteilhaft bei so einem Game. Aber was machst du? Ich weiß nicht! Ich will doch einfach nur besser sein als ich, das reicht doch auch. Seit ich besser war als wird, habe ich aufgegeben. Das war eine Minute. Ja, okay. Aber es sind halt immer diese einzelnen... Wie sehr liebst du das Spiel denn jetzt gerade so? Was sagst du? Von Potthaufen bis Durchfall? Ja. Ja, schon Durchfall. Okay. Ja, gut. Ich bin halt auch ein denkbar... Also es gibt ja einen Grund, warum man gesagt hat, die laden wir zu Beef Junior ein. Also ich bin dann auch eine schlechte Kandidatin für solche Spiele! Ja, dir kann da keiner helfen. 30 Sekunden. Ja, schaffst du noch. Perfekten Run-Must. Das ist das Schöne an dem Spiel. Selbst in 10 Sekunden kannst du noch Erster werden. Oder in 20. Muss halt nur schnell hüpfen. Hast du schon mal das Ende in irgendeinem Video gesehen? Oh, fuck my life. Okay. Ich hab schon mal Speedruns davon gesehen. Es gibt Speedruns. Ja, die sind in einer Minute da durch quasi. Ja, aber die üben das halt dann auch. Speedrun da alle, ne? Training für. Ich bin mir... Also wenn unser andere Secret Contester noch mal rankommt, dann werden wir gleich noch mal sehen, wie das Spiel funktioniert. Meinst Nils? Ja, Nils. Nils, unser Secret Contest. Es ist vorbei. Es ist vorbei, liebe Janina. Du musst leider aufhören. Ich weiß, du kannst kaum die Tastatur aus den Händen legen. Wir haben jetzt eine sehr, sehr spannende Situation. Denn der letzte Teilnehmer ist der Denzen. Wir wissen ja, in der Tabelle führt Sohn. Sohn ist derzeit auf Platz 1. Das heißt, Denzen muss jetzt die Bestzeit machen, den besten Run machen. Und dann gibt es ein Entscheidungs-Match gegen Sohn. Es sei denn, Sohn gewinnt auch diesen Run. Dann haben wir bereits einen Sieger, der feststeht. Es sei denn, jemand springt gleich noch in die Kamera und will noch mal irgendwas hier unter Beweis stellen. Denzen ist ready. Ich wäre ready. Dann, let's go. Haben wir uns gemappt? Wir müssen erst mal gucken, wie das geht. Haben wir uns gemappt? Wir müssen mal gucken hier. Kann wohl die Richtung. Kennst du das schon? Nein. Also ja, aber... So wie du bei dem A-Spiel. Ich glaube, Denzen hat gemeint, der hat so circa eine Stunde irgendwie mal gespielt. Okay, eine Stunde. Also 60 Stunden? 60 Minuten oder 60 Stunden? Sowohl als auch. Oh. Wie smooth! Wie smooth alles! Ja, okay. Was? Oh mein Gott. Ja, da sieht man die Stunde, ne? Da kommt die Stunde raus. Da kommt die Stunde raus. Ne, macht es echt gut. Wirklich. Ja, wie machen wir es denn nachher mit dem Stechen? Also es wäre halt ganz geil, wenn wir auch moderne Spiele wie League of Legends oder so vielleicht mal ne Runde machen, weil dann... Du musst da runterfallen, Denzen. Stechen. Der ist rum. Der ist rum. Wo warst du denn? Moment! Ich war noch viel weiter oben. Wie? Ja? Ja, da war da bald schon lila. Ja, never, oder? Ganz wo anders war ich. Ganz wo anders? Du kannst basically jetzt schon aufgeben, wenn du nochmal runterröder fällst. Ja, das ist vorbei. Du hast auch kaum Zeit mehr. Das ist vorbei. Jetzt schon. Aber ja, gute Frage. Was machen wir denn als Stechen? Jetzt warte erst mal, ob es ein Stechen gibt. Okay. Ja eben, das ist doch Quatsch. Das wird doch gar nicht passieren. Wann muss ein Stechen sein? Ich hab nicht aufgepasst. Wenn er gewinnt jetzt? Wenn er gewinnt, ja. Ja, wir müssen... Wo war aber es zu? Jaaaa... Ich glaube auf den zweiten... äh... Liederln oder so? Ähm... Also roten da? Ich war auf dem Baum und dann bin ich noch eine Plattform nach links. Soweit ich weiß. Ja, der ist aber da jetzt schon. Das ist schon krass. Jaaaa... Aber der Strung hier ist nicht einfach. Stamm. Da warst du, oder? Nee. Nee, da oben. Nächsten Bild. Man kann halt... Das hat er mit Absicht gemacht. Wenn der runterfällt, man kann halt nicht kontrollieren, wie der fällt. Also nicht, dass ihr denkt, beim Fallen kann man sich nochmal retten. Wenn der fällt, dann fällt der. Also dann kann man nicht mehr... Ich finde viel schlimmer, dass er einfach abprallt. Ja. Das ist auch so ein Problem. Das stimmt. Das stimmt, ja. Was man aber, glaube ich, auch extrem krass für die Speedruns verwenden kann. Dass du so diese Abpralltechnik nimmst, weißt du? Ich glaube, die ist es irgendwie. Das war Quatsch. Oh mein Gott. Okay, ich hasse das Spiel jetzt komplett. Was hast du denn die eine Stunde gemacht, die du da schon gespielt hast? Zweieinhalb Minuten noch dansen. Noch 30 Sekunden dansen. Mit dem Nasenmann geredet. Ja. Mit dem Nasenmann geredet. Ich wollte die Story halt verstehen. Das ist euch alles nicht so wichtig. Für mich schon. Ein Storygamer. Ach so, das ist ein Storygame. Deswegen zockt der so viel Mario, weil die Story da ist. Ist immer so deep. Okay, so klappt's nicht, das ist unmöglich. Hallo, das ist unmöglich. Ohohoi. 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 Wen haben wir hier? Ich hab das noch nie gespielt. Hallo. Hallo. Setz dich hier hin. Komm. Oh. Also ihr habt das, ihr habt das schlechteste, den schlechtesten Ersatz. Hallo. Wir haben hier Matteo. Hallo. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe gefragt, ob ich Jumpking spielen soll für Leon. Leon ist ja gut in Jumpking, ich hab's noch nie gespielt. Auch nicht, außer denn sie hat eine Stunde gespielt. Aber erklärt ihr mir ganz kurz das Format? Was macht ihr gerade? Einfach... Ja, mach... Also... Spiele mit Schmerz. Nein. Ich bin raus. Das Game, ich werde komplett... Ich will das jetzt gleich so hart deinstallieren. Also es geht natürlich darum, rauszufinden, wer ist der beste Gamer der Welt. Natürlich. Leon hat eben auch schon dann dieses Downhill-Mountainbike gespielt. Und du spielst jetzt hier Jumpking gleich. Reg dir das gut ein. Denzen ist noch ganz am Anfang, weil er sehr schlecht ist in Jumpking. Und derzeit führt Zoom. Und der ist natürlich richtig geil drauf, dass Denzen nichts mehr gebacken kriegt, weil er gewinnt Zoom. Okay. Es sei denn, du spielst ihn gleich. Also wirklich, das kann ich, das habe ich nicht. Ich habe noch nicht eine Sekunde gespielt. Niemand hier außer Denzen, der da schon eine Stunde gespielt hat. Eine Stunde in meinem ganzen Leben? Können wir nicht einen Spielwechsel machen auf Getting Over It oder sowas? Ja, irgendwas, wo du sehr gut bist, ne? Ja, irgendwas, wo ich sehr gut bin. Einfach guck es dir einfach an. Du brauchst nur die Leertaste und die Feiltaste. Nämlich. Ja, aber wie entscheidet man? Der Winkel ist unmöglich. Der Winkel ist immer gleich, oder das? Ja, durch die Sprungstärke entscheidet den Winkel. So, hallo, 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 hallo. Ah, nein. Okay. Jetzt ist der entscheidende Moment. Halbe Minute noch. Der entscheidende Moment, wenn er jetzt da durchkommt. Das ist wirklich das schlimmste Spiel, das ich mein ganzes Leben gespielt habe. Ja, aber ganz kurz. Der Start. Ist er schon weit oben? Ne, ne. Er ist ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ach, hör auf. Dein Cheater-Tricks jetzt. Oh, das war's. Ich möchte jetzt hier runterspringen, oder? Das war's. Okay, pass auf. Das ist der Anfang, siehst du. Das ist wirklich ein Witz. Nein, natürlich. Das war's, mein Lieber, viel Spaß. Bin ich jetzt dran? Ja, du bist dran. So, wir machen jetzt aber Folgendes nicht. Weil Sohn und Denzen waren sehr dicht beieinander. Und die Regie wird jetzt rausfinden, wer weiter oben war. Entschuldigung. Das heißt, ihr könnt natürlich spekulieren, so viel ihr wollt. Falls Denzen weiter oben war, gibt's gleich ein Entscheidungs-Match. Hör auf, die Spannung rauszunehmen. Du Party-Pupa. Ich glaub, ich war weiter oben, um ehrlich zu sein. Eben. Ich bin mir ganz sicher. Das finden wir gleich raus. Aber jetzt erst mal, Matteo. Ich glaub, mein Charakter ist kaputt, der geht ja gar nicht raus. Ja, du musst einfach länger gedrückt halten. Oder, Denzen? Ja, ja, ja. Es gibt halt eine Maximallänge. Ab wann geht's los? Jetzt. Eigentlich läuft deine Zeit schon. Okay, warte. Nein, nein, nein. Im Hintergrund sieht man wie die Tränen lacht. Äh. Ja. Aber es war schon ein bisschen große Presse gerade. Ja. Da ist ja nix. Ja. Okay, na gut. Ja, aber man muss da echt komisch reinkommen. Okay, aber ich verstehe. Verstehst du die Problematik? Sehr gut. Sehr gut. Du kannst auch kurz drücken. Ja, ja, aber ich mach erst mal volle Power immer. Aber dann fässt du ins Loch. Ja. Ja, ja, jetzt hab ich's verstanden. Du musst halt hochspringen, aber du kannst auch runterfahren. Das, äh, ach so. Ja. Aber Nils, sag mir, wie sehr, wenn du das liest, musst du's selber auch mal spielen? Sag mal, wie viel Power macht der denn? Also, was das Schlimme daran ist, dass man nicht eingreifen kann. Also, diese pure Verzweiflung mit ansehen zu müssen ohne Handlungsmacht. Das ist das, was es noch schlimmer macht. Ich glaube, wenn ich selber spiele, wird's vielleicht auch nicht besser sein. Aber ich hab das Gefühl, ich bin verantwortlich wenigstens. Hab ich gewonnen? Ja, verstehe ich. Nein. Also, dann wärst du tatsächlich letzter, ja? Letzter. Also, wenn du über dieses... Na, du wirst es gleich sehen. Ja. Aber hier ergibt's ja gar keinen Sinn. Doch, nach rechts. Erstmal ganz viele einfache Sprünge. Ja, genau. Wenn du hier rüber kommst, bist du schon Vorletzter. Okay. Ähm. Ja. Ja. Also, wahrscheinlich so ein kleiner Hopster, oder? Ah, ne. Ist zu gemein, ne? Ist einfach. Kennt ihr diese Katzenvideos, wo die Katzen so voll lange aufladen und dann nur so einen kleinen Mini-Ding machen? Genauso. Also... Ja, oder wenn sie so wegkutschen. Aber ihr hattet jetzt den Vorteil, dass ihr gesehen habt, wie alle anderen gespielt haben, oder? Ja, ja. Das stimmt. Okay. 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 Hey! Kleiner, kleiner! Oh! Geht, geht, geht. So, wie habe ich das jetzt hier gemacht? Volle, volle Möhre, ne? Kleinen Tipp geben, bei dem... Ihr könnt alle Tipps geben. Noch nicht. Noch nicht. Viel zu früh. Ich glaube, er hat es ja schon richtig gemacht. Also, er muss natürlich super kurz sein, der Sprung. Super kurz? Ja, nur nicht so ein Tab. So ein bisschen längeren Tab. Noch ein bisschen weniger lang. Noch weniger, ne? Du hast jetzt zu lang gedrückt, ja. Weniger lang, das ist eigentlich kürzer, kann man auch sagen. Aber ja. Okay, ich versuche hier... Wie habe ich den hier nochmal gemacht? Ja, okay. Viel zu lang, viel zu lang. Viel zu lang, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Habe ich eine Zeitansage? Ja, du hast noch... Hälfte! Hälfte, okay. Also, 20 Minuten. Ja, das kriegst du noch gelernt, den Tab. So, wie habe ich das hier nochmal gemacht? Nicht zu weit. Also eigentlich springt man durchgehend. Ja. Okay. Das Spiel macht aber Spaß. Das Spiel macht aber Spaß. Ist gut, ne? Ich hab's immer gesehen bei den anderen, dachte immer... Und die Storyairs, die hast du ja gar nicht mitgekriegt. Man rettet eine Prinzessin. Achso, Tab. Noch zu lang, es war noch zu lang. Sag mal, also das ist ja wirklich nur antippen. Ja, eben nicht. Also wenn du es nur antippst, fliegst du halt auch runter. Das ist ja guter. Also ein guter Druck. Jaaaa! Okay. Guter Mittelstrahl. Also nütz, ich würde dich schon gerne sehen da gleich. Oh, das ist doch besser, oder? Tja, ey, das kriegen wir sicherlich noch hin. Ja. Spendenstil ist... 10.000 Euro. Ja, ja. Warte, was? Aber dann auch durch am Stück. Oh, alter Schwede, stell dir das mal vor. Warte mal, hier kann man noch so... Warte mal, hier kann man noch so... Ja, ja, ja. Warte, was? Ja, okay, okay. Und jetzt ganz an den Rand und nicht ganz so hoch. Okay. Und jetzt hier. So. Und jetzt... Ja, du kannst es theoretisch auch innen spielen. Wenn du dir sehr gut... Und jetzt tappen. Immer noch zu lang. Wird komplett an den Rand gehen und schon sehr echt kurz tappen. Ich hasse mein Leben. War jemand tiefer als unten, also als der Start? Nein, das geht nicht. Nein, du kannst nicht noch in die Erde fallen. Okay. Wollen wir mal sehen. Äh, ich glaube hier über Bande. Ja, okay, okay. Du hast noch eine Minute. Keinen Druck? Ja, das ist easy. So. So, du kannst deutlich weiter nach rechts als du glaubst. Also du stehst quasi auf deinem linken Bein dann noch. Oh, lol. Ja, ja, ja. Was? Genau. Aber natürlich erst tappen und dann nach rechts drücken. Ja, aber wenn ich erst tappe und dann... Richtungsweg, glaube ich, schon zu lange getappt, oder? Du hast ein bisschen zu extrem weit rechts. Ja, warum nur ein... So. Ja, rein, rein, rein. Ich weiß, was er meint. Das Ding ist, wenn er halt erst nach unten drückt und dann nach rechts, ist der Zeitpunkt schon wieder zu lang, ne? Das heißt... Dann vielleicht nicht ganz nah am Rand stellen, ja. Ja. Ich bin nicht so. Ne. Ja. 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 Was ist beim Laufen? Nein! Also wer hat sich das ausgedacht, dieses Spiel? Vor so 20 Sekunden hat er das auch richtig cool gefunden. Ja. Und gerade noch... Ach, das ist ja wirklich nicht so weit, der erste Screen. True? Ja, also... Aber ganz kurz. Wie viel Zeit habe ich noch? 5 Sekunden. Ja, 5 reicht noch dicke. Ja, ja, ja. Ja. YOLO. Ja, okay. GG. War nicht schlecht, Matteo. Ist genauso schlecht wie ich. Okay, warte, warte, warte. Karis. Jetzt. Auf Kamera. Ohne Druck. Oh. Na gut. Komm Nils. Na gut. Ich mach auch nochmal. Hat Nils gewonnen? Ja! Ich hab gewonnen. Glückwunsch. Dankeschön. Ich nehme diesen Glückwunsch an. Setz dich jetzt hier? Ja, setz dich an. Wir tauschen kurz. Echt? Ach nee. Das kann ja nicht so schwer sein. Es ist auch nicht so schwer. So, wie fandst du's? Ähm, deprimierend. Am Anfang denkt man so, ja, okay, ich verstehe das. Aber wenn dann so eine Ecke kommt, wo man wirklich... Ich hab das nicht verstanden, was kurz drücken bedeutet. Aber wir gucken jetzt mal bei Nils rein. Okay, warte. Ja, ich bin gespannt. Aber Nils hat jetzt ja auch den Vorteil, er hat alle Runs gesehen. Er hat die studiert. Er hat halt meinen Run. Ja, das hat er schon gemacht. Er beobachtet das ja uns ja schon die ganze Zeit. Ja, ja. Schon advanced. Aber in der Gesamtwertung ist er auch vorne? Oder wie sieht's da aus? Oder gibt's nur dieses Spiel? Äh, nein. Es gab noch ein anderes. Da fliegt jetzt zu und hat dann jetzt beide gewonnen tatsächlich. Also wissen wir ja noch nicht. Es ist ja noch knapp hier. Aber es könnte sein. Ja, wir haben noch nicht gerechnet. Aber eigentlich... Ja, ja. Die Maschinen laufen noch. Also es wird noch zusammenaddiert. Die Rechenmaschinen sind auf Hochtouren. Sagen wir noch die Notare. Ja. Die Notare gucken sich das auch nochmal alles an und besprechen das. Ja, wir wollen ja hier ein faires Match, ne? Ich glaube, am Ende kam es tatsächlich darauf an, wer am letzten Sprung höher gesprungen ist von uns beiden. Ich weiß nicht. Ihr kommt es mir nur so vor, da hat Nils noch kein Wort gesagt während der Geschichte. Ey, 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 ey. Warum sollte ich? Er ist im Tunnel, oder? Er ist im Tunnel. Oh! Oh! Er macht den Florentin wild. Er ist auch immer komplett auf Null. Florentin still, wenn er sich konzentriert nämlich. Oh! Ja, ist vielleicht auch ne gute Sache. Ihr redet doch so viel. Bei dem Game ja. Da bin ich zu emotional. Da gebe ich zu. Da bin ich zu emotional. Komm, zahlt Hennoheim. Jetzt. Go! Oh! Maschine! Das ist gar kein Problem. Aber jetzt kannst du uns ja zeigen, dass das kein Glückssprung war. Das ist ja jetzt, worauf es ankommt. Oh, ist das Spiel scheiße, ey. Was würde das Spiel besser machen? Skins? Deinstallieren. Oh, come on! Allgemein, also ein paar Tänze. Fände ich ganz geil. 3D. 3D? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Ja, das wäre mega, glaube ich. Das wäre echt ein gutes Game dann. Michael Transaction. Ja. Wenn du einen Skin nimmst, dass der so halb durchsichtig ist, dass du nur noch die Beine siehst. Sowas? Oder unsichtbarer Skin? Ja, das ist ganz krass, ja. 200 Minuten, mein Geil. Boah! Was? Hast du das so gegeben? Okay. Ich glaube, ja. Kennt ihr noch Doodle Jump? Ja. So, basically das erste Handy-Game so für die... Warum? Für die Smartphone-Generation. Temporun auch. Temporun auch. Temporun war auch ähnlich. Ja. Ach so, ne? Das war geil. Hast du Zeit? 200 Minuten? Oh mein Gott. Äh. Er schafft das zu. Janis, willst du noch was sagen sonst? Nee. Ich sag nicht. Aber es macht schon ein bisschen süchtig, ne? Also man will dann doch nochmal irgendwie... Dann denkst du, ja komm, das will man jetzt schaffen. Und das will man noch schaffen. Dann machen wir eine Channel. Ja, morgen. Das war's. Andere ist noch ein bisschen, ne? Boah, Zeit satt. 1,45. Kannst du noch locker vom Thron kicken? Warte, was war das denn? A Difficult Game About Climbing? Habt ihr das mal getestet? A Difficult Game About Climbing? Sehr geiler Titel. Das ist ganz neu und das könntet ihr immer spielen, weil da hat niemand Erfahrung wahrscheinlich. Da muss man einfach nur klettern. Zwei Händen, das hast du vielleicht gesehen. Ja. Und das ist auch sehr frustrierend. Aber das könnte auch für sowas geeignet sein. Oder hat jemand... Da wird keiner Vorerfahrung haben, schätze ich mal. Bin ich einfach nicht falsch. Aber mit der Maus? Wie stellst du mir vor? So ein bisschen Situation. Jede Hand eine Maustaste und du hältst dich fest. Und du siehst im Prinzip ein bisschen so aus wie der Typ von Getting Over. So nackter Typ. Natürlich. Und du kletterst einfach hoch. Aber du kannst jederzeit komplett runterfallen. Das ist halt schon... Und es geht auf die Finger, weil du musst dich wirklich festhalten. Irgendwann wirkt es wirklich wie Klettern. Ähnlicher Vibe so mäßig. Diese ganzen Games, die so scheiße sind, aber man sich trotzdem totes aufregt. Über der Hype. So, du hast nicht mal mehr eine ganze Minute. Okay. Aber natürlich noch mehrere Tage danach auf der LAN kannst du natürlich weiterspielen. Komm da weiter. Oh, ja. Oh, 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 oh. Oh. 30 Sekunden. Oh, oh. Mit Gefühl. Mit Gefühls. Ja, mit Gefühl. Oder von rechts. Probier mal von rechts. Rechts über Bande. Ja, mach über Bande. Rechts über Bande. Okay. Warte. Oh. 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 Noch zehn Sekunden. Jetzt weide ich. Ah. Ah. Ah! Ja. Drei. Drei. Ah. Na gut. Nicht schlecht. Sehr stark. So, ihr Lieben. Wir haben ein endliches Endergebnis. Und das sieht folgendermaßen aus. mit 195 von 200 möglichen Punkten auf einem geteilten dritten Platz, um es positiv auszudrücken oder auf einem geteilten letzten Platz, um es realistisch auszudrücken. Janina und Wirth, herzlichen Glückwunsch. Mit sage und schreibe 198 Punkten auf Platz 2 der tapfere Densen, herzlichen Glückwunsch. Und wer hätte es für möglich gehalten? Der junge Wilde Sohn mit der Rekord- und auch der Maximalpunktzahl von 200 auf Platz 1 in beiden Spielen dominiert. Da kann man, glaube ich, wenig Argumente finden. Glückwunsch dir. Aber übertroffen durch seine spontane Teilnahme mit bereits 201 Punkt ausgestattet, weil keine Vorbereitung ist, Matteo. Und damit hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann nehmen wir den Preis gerne an. Was ist der Preis? Das Mikrofon. Du darfst nicht stand da? Nee, das darfst du nicht. Du darfst mit WIAT gleich Kung-Fu-Training machen. Zwei Kung-Fu-Training-Sessions mit WIAT. So, und wenn Nils sagt, Mensch, ich hätte auch gern mitgemacht und gewonnen und das konntet ihr nicht, dann habe ich einen kleinen Trost für euch. Denn unsere guten Freunde von Samsung haben uns ja heute ausgestattet mit großartigen Monitoren. Unter anderem diesen 49 Zoll Riesending, leicht gecurved, super scharfes Bild, macht total Spaß darauf zu zocken. Und den könnt ihr gewinnen, und zwar genau diesen hier, den ich schon für euch warm spiele. Geht einfach auf rocketbeans.tv, da könnt ihr dann an dem Gewinnspiel teilnehmen. Herzlichen Dank an Samsung für die Ausstattung mit diesen fantastischen Odyssey Gaming-Monitoren. Und das war es, glaube ich, jetzt von uns an dieser Stelle. Wir können uns guten Gewissens verabschieden an die angeschlossenen Funkhäuser. Sieht das richtig? Ja, ne? Wenn ihr noch nicht genug habt, dann findet ihr nicht nur bei Bonjuan natürlich weitere Übertragungen hier von der LAN, sondern natürlich auch bei WIAT auf dem Kanal, bei Soon, bei Janina und bei Densen und auch bei mir. Wir streamen hier das ganze Wochenende von der Gamescom-Lan live aus Köln. Also hoppt und malzt in die Kanäle rein, da wird immer was für euch los sein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war es von uns. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut. Das war es von uns.